Echte Knickerbocker, lassen niemand hocker, hier und dort und überall lösen wir auf jeden Fall. Echte Knickerbocker, die haut nichts von hocker, eins und zwei und drei und vier, Knickerbockerbande, das sind vier. Ach, was suchst du da auf dem Dach? Komm runter! Aber gern! Runter! In ihrem Horrorkabinett bleibe ich nicht eine Sekunde länger. Ich weiß ja nicht mal, wer sie sind. Das werde ich dir schon erzählen. Und ihr albernes Kostüm? Wozu soll das gut sein? Du findest meine Kleidung also albern? Gleich hab ich dich! Glauben Sie, ich warte, bis sie aus dem Fenster geklettert sind? Irrtum! Wehe, du haust ab! Untersteh dich! Hier geblieben! Hast du verstanden? Komm wieder her! Ich denk nicht dran! Sie haben mich eingesperrt, dazu haben sie kein Recht! Ich habe dich verhaftet, weil du in mein Haus eingestiegen bist! Das stimmt ja gar nicht! Du wirst den Balkon da nicht runtersprengen! Hast du gehört? Versuchen Sie mich doch daran zu hindern! Ich hab schon ganz andere Höhen gemeistert! Ein ganz hinterhältiges Berüchtiger bist du! Komm zurück, du, du Dieb! Ich denk nicht dran! Und nenn sie mich nie wieder Dieb! Du sollst zurückkommen! Ich muss hier weg! Der Typ ist ja völlig durchgeknallt! Überall im Haus dieser Geisterkram! Ich wehe, wenn ich dich verriege, Bräutchen! Der kommt ja nicht hinterher! Und wenn schon! Der Schwimmer hält mich sowieso nicht! Wille! Hoppe! Glauben Sie nicht! Ich muss zu Ihnen, bevor es dunkel ist! Ich wüsste, wo ich bin! Ich kenne diese Gegend überhaupt nicht! Axel! Hey, wo steckst du? Axel! Sie suchen mich! Ich muss Ihnen entgegenlaufen! Hier! Hier bin ich! Hallo! Hier! Hallo! Kommt her! Ich bin auf dem Feldweg! Lauf zum Feldweg! Ich wusste, dass Sie mich nicht im Stich lassen! Okay! Verstanden! Axel! Wir haben uns ganz doll Sorgen gemacht! Also, noch einmal ganz langsam zum Mitspringen! Du warst stundenlang wie vom Erdboden verschluckt! Wenn ihr es sagt! Du weißt aber weder, wo du warst, noch wer da war, noch wie du da hingekommen bist? Ja, genau so ist es! Und du weißt auch nicht, wo dein Fahrrad geblieben ist, mit dem du unterwegs warst? Und wieso auf deiner Jacke die auch näher fiel? Weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Aber, dass wir Knickerbocker vor drei Tagen zu Poppys Großonkel Jonathan aufs Land gefahren sind, das weißt du noch, oder? Klar weiß ich das! Bin doch nicht blöd! Und dass mein Onkel Jonathan neben seinem Haus eine kleine Hütte hat, in der wir wohnen, das weißt du auch noch! Sag mal, was wollt ihr eigentlich? Haltet ihr mich für bescheuert? Ich weiß auch, dass wir hier über die Herbstferien bleiben wollen und dass Onkel Jonathan Schäfer ist und Schafe hütet. Meine Unterhosengröße ist 4711 und das Lieblingspferd von Genghis Khan heißt Black Beauty. Toll, was ich alles weiß, nicht? Ja, ja. Leider weißt du nur eben nicht alles, was ich weiß. Du hast ganz klar einen... einen an der... an der... Wenn du jetzt Waffel sagen willst, dann sag es lieber nicht. Sonst hast du nämlich gleich einen an derselben, kapiert? Du hast ein paar Aussetzer. Sowas in der Art, okay? Aussetzer. Wie sah das in dem Haus aus? Weißt du das noch? Ich weiß eben nur nicht, was vorher war. Aber seitdem ich in der Geisterbude mit Schädelbrumm aufgewacht bin, kann ich mich an alles erinnern. Ich lag auf einer Art Barre. Die Wände im Zimmer, schwarz gestrichen, mit leuchtenden Totenköpfen drauf. Überall Wehrwolffiguren und Kürbisfratzen. Und die Fenster nach draußen waren mit dunkler Folie beklebt. Kaum Tageslicht im Raum. Wie konntest du abhauen? Da war ein kleines Dachfenster, hab ich mich durchgequetscht. Kaum war ich draußen, wollte diese Horrorgestalt nach mir sehen. Und ist dann hinter mir her, aber in der Dachluke stecken geblieben. Ein total durchgeknallter Typ, sag ich euch. Wie der aussah. Wie denn? Sag schon. Er hatte so einen altmodischen langen Mantel an, wisst ihr? So einen wie Zauberer ihn tragen im Märchen. Und einen weiten, spitzen Hut hatte er auf. Der Kerl ist nicht gerade Fotomodell. Blasses, langes Gesicht, Hakennase, Ziegenbart, Nickelbrille. Das ist einer von den Typen, dem man nicht zweimal begegnen muss. Was weißt du von der Zeit vorher? Wo reißt deine Erinnerung ab? Ich weiß noch, ich bin mit dem Rad ins Dorf gefahren, um ein paar Sachen einzukaufen. Salat und Brot für die Schafe. Genau, weil wir die füttern wollten. Ja, also ich bin in den Laden rein und so eine große, dünne Frau hat mich bedient. Frau Bogner, Ihr Gehörterladen. Ja, ja, meinetwegen. Ich habe einen Tragekorb genommen, die Sachen reingetan und noch ein paar Süßigkeiten dazu und habe mich an der Kasse angestellt. Und dann... Dann... Ja, ja. Dann was? Dann was, dann was? Ich weiß es nicht mehr. Ist wie abgeschnitten. Als du nicht zurückkamst, haben wir natürlich zuerst bei Frau Bogner nachgefragt. Die war sauer. Wieso? Frau Bogner behauptet, du hättest sie beklaut. Was? Ja, Kaugummi sollst du eingesteckt haben. Und Bonbons. Den vollen Einkaufskorb hast du stehen lassen. Und dann bist du ganz schnell rausgerannt. Und sie hinterher. Und du warst schon weg. Die muss mich verwechselt haben. Sie hat dich erkannt, Axel. Wir waren schon bei ihr. Sie wollte, dass wir bezahlen. Sonst würde sie zur Polizei gehen, hat sie gesagt. Da haben wir ihr das Geld gegeben. Sie hält mich für ein Ladendieb. Nein. Wir haben ihr erzählt, dass du manchmal etwas schusselig bist. Ach, eine andere Erklärung ist euch nicht eingefallen, was? Dieser Spukmensch hat mich auch als Dieb bezeichnet. Echt? Warum denn? Ist doch egal. Ich bin keiner. Das glaubt ihr mir doch wohl. Natürlich. Aber wieso hat Frau Bogner gelogen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mir immer noch der Schädel brummt. Am besten, Axel, du rufst dich erst einmal aus. Wir können ja noch mal mit Onkel Jonathan über alles reden. Dann musst du bald zurück sein. Okay. Und tatsächlich. Es dauerte nicht lange und Großonkel Jonathan kam mit seinem Hund Bodo von der Schafsweide zurück. Erst brachte er Bodo in seinen Auslauf und dann setzte Jonathan sich mit den Kindern in sein Haus zum Abendessen. Während sie zusammensaßen, erzählte Axel von seinem Erlebnis. Du warst bei Herrn Halloween im Haus. Herrn Halloween? Ja, ja. So nennen ihn alle hier. Er nennt sich sogar selber so. Ein Verrückter. Läuft in komischen Klamotten rum. Ist aber harmlos. Muss eine Menge Geld haben. Ist Vorsitzender vom HFC. Was soll das sein? Hula-Fratzen-Club? Ja, Club ist schon richtig. Er führt den Halloween-Fan-Club. Hat manchmal Besuch von allen möglichen Leuten. Spinner wie er. Halloween ist doch immer am 31. Oktober. Da ziehen die Kinder als Gruselgestalt verkleidet von Haus zu Haus, sagen einen Spruch auf und kassieren dafür Süßigkeiten. Ist der Mann nicht zu alt dafür? Ich sag ja, ein Verrückter. Er und seine Clubmitglieder verkleiden sich, sammeln so ein Gruselzeug. Sie leben in der Halloween-Welt. Soll das heißen, die feiern Halloween das ganze Jahr über? Feiern? Nee. Verehrung oder so. Geisterkult, was weiß ich. Wie lange wohnt er denn schon hier? Oh, sechs, sieben Jahre, schätze ich. Kein Mensch weiß, wo er herkommt. Er hat keinen Kontakt mit den Dorfbewohnern. Die Leute hier haben sich an den Spaßvogel gewöhnt. Ich finde, Axel muss sich irgendwie verteidigen. Er hat doch nichts Schlimmes gemacht. Ich würde nie klauen. Bestimmt nicht. Und wenn mein Dachschaden noch so groß ist. Ja, lass gut sein, Axel. Alles nur ein Missverständnis. Frau Bogner hat ihr Geld gekriegt. Und der alte Halloween hat sich einen Spaß gemacht. Aber das mit deinem Gedächtnis. Hab Frau Dr. Ross angerufen. Sie will gleich morgen früh vorbeikommen und dich untersuchen. Ich halte es für besser. Ich hab mal gelesen, dass Leute bei Amnesie an den Ort... Was für ein Ding? Amnesie, Herr Klingmeier. Gedächtnisverlust. Aha. Ich wollte sagen, es könnte helfen, an den Ort zurückzugehen, an den man sich zuletzt erinnern kann. Ich soll zu der Vogelscheuche in den Laden? Vielleicht kommt ein Stück Erinnerung wieder. Ein Versuch ist es wert. Ich schlage vor, wir gehen morgen in den Laden, sobald Dr. Ross dich untersucht hat. Onkel Jonathan? Ist der Halloween wirklich nicht gefährlich? Er hat noch nie jemandem was getan. Es wäre doch bekannt. Aber wer weiß. Ich sag meinen Schafen immer, bleibt weg von dem Wolf, dann werdet ihr nicht gefressen. Haltet euch dran und geht Herrn Halloween aus dem Weg. Ich sag meinen Schafen immer, bleibt weg von dem Wolf. Also, wenn wir jetzt da reingehen, dann verärgert sie mich. Ihr wisst, Frau Burgner ist nicht gut, auf uns zu sprechen. Die hat behauptet, ich klau. Wenn wir uns mit ihr anlegen, haben wir keine Chance zu erfahren, was genau gestern passiert ist. Und wenn ich wieder einen Blackout kriege, weil ich einen Defekt habe oder so? Axel, Dr. Ross hat dich heute Morgen untersucht. Du bist wieder okay. Sie hat nichts festgestellt. Außerdem sind wir bei dir. Wir dürfen nicht vergessen, nach dem Fahrrad zu fahren. Kommt. Tag, Frau Burgner. Wir hätten noch eine Frage, bitte. Ihr seid nicht dran. Aber es ist niemand im Laden. Ihr seid im Laden. Mit diesem Dieb, der angeblich so zerstreut ist, dass er vergisst zu bezahlen. Ihr seid nicht dran, weil ich euch nicht bediene. Eine Frage, bitte. Unser Freund, der Axel, er kam gestern mit dem Fahrrad zu ihm. Schönen Freund habt ihr da. Das Rad steht im Hof. Dein Freund hat es bei mir vor dem Laden abgestellt, bevor er hier auf Beutefang ging. Ihr könnt es da wegholen. Danke, werden wir machen. Frau Burgner, dass Axel gestern bei Ihnen im Laden was gestohlen hat, gibt es dafür Zeugen? Was willst du damit sagen? Ich brauche keine Zeugen für das, was ich gesehen habe. Der Bursche hatte Süßigkeiten in der Hand und sich an die Kasse gestellt. Ich wollte kassieren, aber da klingelte das Telefon. Ich bin ran. Er steckt sich ein, was er in der Hand hat und rennt aus dem Laden. Aber? Ich habe nur noch gesehen, wie er da drüben in der Mühlgasse verschwunden ist. Wenigstens entschuldigen könnte sich der Tage Dieb. Aber nein, er steht drumherum und starrt aus dem Fenster. Hast ein schlechtes Gewissen, was? Axel, was ist mit dir? Was ist denn da draußen? Axel? Was? Äh, nichts. Wie? Ich weiß nicht. Bring den weg! Der Junge ist mir langsam unheimlich. Holt das Rad und geht! Ja, sehr gern, Frau Burgner, sehr gern. Komm mit, Axel. Ja, ja. Oh, Mist, es regnet wieder. Geht's dir gut, Axel? Ja, aber irgendwas ist mit der Straße da. Die Burgner hat behauptet, du bist da reingelaufen. Ich schlag vor, wir helfen dir auf die Sprünge, Axel, und gehen jetzt da hin. Gut, Dominik, macht ihr beide das. Poppy und ich gehen zur Praxis von Dr. Ross vorne am Marktplatz. Hier hat Axel Blut abgenommen. Mal sehen, ob das Ergebnis schon vorliegt. Vergess das Fahrrad nachher nicht. Geht klar. Komm, Axel. Was war hier? Lass dir Zeit. Kommt dir was bekannt vor? Nein. Mühlengasse. Nie gehört. Nie gesehen. Nein. Vielleicht doch. Denk nach. Fachwerkhäuser, Vorgärten, Gartenzwerge, Briefkasten, Kuhfladen. Eine Straße wie in jedem anderen Kuhdorf auch. Moment. Die Sitzbank. Was ist mit der? Ich hab auf ihr gesessen und... Ja! Was? Ich hab hier was geschrieben. Da liegt zerknürztes Papier neben der Bank. Moment. Steht was drauf. Das könnte deine Handschrift sein. Vergiss es. Der Regen hat alles verwischt. Was steht hier? Hey, Leute. Ganz wichtig. Irrtum ausgeschlossen. Habe soeben... Das war's. Mist. Wieso hab ich diesen Zettel geschrieben? Wieso hier? Wieso hast du ihn dann weggeworfen? Das hat keinen Sinn. Okay. Der Ring hat aufgehört. Holen wir das Rad und fahren zu Jonathan. Ach, ähm. Er hat mir von einer Abkürzung erzählt. Vorbei am Steinbruch. Die können wir ausprobieren. Du fährst und ich setz mich hinten drauf. Gute Idee, nicht? Na toll. Das dahinten muss der Steinbruch sein. Für mich ist es wirklich ein Abkürzung. Sieh mal die Wolken an. Er traut sich fast zusammen, Axel. Jonathan meinte der Ausschilderung folgen und bei der Wegtabelung nach rechts. Na, ich bleib strampeln, mal schön. Ich wieder stehe ein Mann. Halt! Hier geht's nicht weiter. Wir wollen zum Schäfer Jonathan. Der Weg zum Steinbruch ist ab sofort gesperrt. Wieso gesperrt? Weil wir hier eine Sprengung vorbereiten. Er wird gesprengt? Ja. Der Steinbruch war früher ein Bergwerk. In den Höhlen und Stollen haben sich in letzter Zeit öfter Kinder verirrt. Darum wird hier alles weggesprengt. Wann denn jetzt gleich? Na, wir brauchen schon noch ein bisschen Zeit zur Vorbereitung, wenn's recht ist. Die letzten Sprengsätze werden grad angebracht. Ihr müsst schon warten bis morgen Abend, wenn ihr den großen Bums hören wollt. Aber kommt bloß nicht in die Nähe. Und jetzt kehrt um. Nehmt einen anderen Weg. Hast du gehört, Dominik? Kehrt Marsch. Bravo, Axel. War ja wieder mal genial von dir, der Einfall mit der Abkürzung. Oh Mann. Ich bin hier der Trottel, der sich für dich in die Pedale legt. Vielleicht bist du mal dran. Vielleicht rabbelst du weiter und ich sitz hinten drauf. Rilo, machst du Witze? Tja, Topi und ich dachten auch zuerst, Dr. Ross macht noch Spaß. Aber sie hat starr und fest behauptet, dich nie untersucht zu haben, Axel. Sie wüsste nichts von einer Blutprobe, die sie dir abgenommen hat. Sie glaubte, wir verwechseln sie. Und dann hat sie noch gemeint, sie war vor etwa zwei Jahren zuletzt hier. Vor zwei Jahren. Leidet sie auch an dieser, wie heißt es, Amnestie? Amnesie, Axel. Amnestie ist ein per Gesetz verfügter Strafalarm. Ja, 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 kann ja sein. Was mich viel mehr interessiert, habe ich Dr. Ross angesteckt? Oder was ist los? Ich vermute ganz was anderes. Irgendjemand läuft hier in der Gegend rum, der in der Lage ist, Teile der Erinnerung auszulöschen. Er hat das bei dir gemacht, Axel, und bei Dr. Ross auch. Dr. Ross hat Axel Blut abgenommen und dabei könnte was herausgekommen sein, das niemand erfahren soll. Also macht der große Gedächtnisauslöscher die gleiche Aktion noch einmal mit der Ärztin. Und schon erfährt keiner was von dem Blutergebnis. Er könnte sich als Patient bei Dr. Ross eingeschlichen, sie behandelt und sich dann aus dem Staub gemacht haben. Und der Zettel, den ich geschrieben habe, hätte wahrscheinlich alle Rätsel gelöst. Aber es muss ja unbedingt in unseren Ferien regnen. Du hast geschrieben, dass es wichtig ist und ein Irrtum ist ausgeschlossen. Das könnte bedeuten, dass du jemanden erkannt hast. Ja, und du wolltest die Person verfolgen. Und weil es länger dauern konnte und du in Eile warst, hast du uns eine Nachricht geschrieben. Und zerknüll sie dann und schmeiß sie weg. Irgendwie nicht logisch. Es muss dafür eine Erklärung geben. Das ist Bodo. Ist Jonathan schon wieder zurück? Ja, für dich, er kommt aus uns erst Kampfs. Hoffentlich ist nichts passiert. Onkel Jonathan, du bist schon da? Ist ja gut, Bodo, ist ja gut. Es hat keinen Sinn, auf der Weide zu bleiben. Es zieht ein Unwetter auf. Hat Bodo die Schafe in den Stall treiben lassen? Na, wenn ihr wollt, könnt ihr nachher zu mir rüberkommen und ihr spielen, was? Weggehen ist heute nicht mehr. Es kam, wie Onkel Jonathan es vorher gesehen hatte. Bald schon überspülte das Wasser die Schafsweide. Die Kinder konnten beobachten, wie der Regen in Sturzbächen vom Dach über die Fenster rang. Die Knickerbockerbande hasste es, untätig herumzusitzen. Doch bei dem Wetter hatten sie keine Wahl. Onkel Jonathan besaß ein einziges, uraltes Brettspiel, von dem Axel nicht gerade begeistert war. Du willst wirklich nicht mitspielen, Axel? Nimm es mir nicht übel, Jonathan, aber ich habe eine Allergie gegen Mensch. Ärgere dich nicht. Weil er immer verliert, Onkel Jonathan. Ach, Quatsch mit Soße. Oder hast du dich schon genug geärgert, Axel? Da hat unser Axel wohl auch einen Grund zu. Er wurde eingesperrt, hat das Gedächtnis verloren, seine teure Jacke ist zerrissen, er wurde als Dieb beschimpft. Alles wegen diesem Halloween, dem Gespenst. Er soll mir bloß gestohlen bleiben. Aufmachen! Was ist? Wenn man vom Teufel spricht. Du meinst? Das ist der Halloween, ich erkenne seine Stimme. Aufmachen! Bei alltausend Höllegeistern! Also, wenn er was will, ich bin nicht da. Keine Panik, ich kläre das schon mit ihm. Verhaltet euch still. Ja, Herr Halloween, das ist ja mal eine nette Überraschung. Nett finden Sie das? Ja? Ja, kommen Sie rein, Sie werden ja ganz nass. Hm, Regen macht mir nichts. Der Gummimantel schützt mich. Ein besonders schönes Stück, der Mantel. Ach, tauschen wir keine Belanglosigkeiten aus. Hören Sie zu. Einer der Jungs, die bei Ihnen wohnen, ist bei mir eingebrochen. Außerdem fehlen zwei Schrumpfköpfe aus meiner Sammlung. Er hat mich gestohlen. Ach, das ist doch... Herr Halloween, der Axel hat mir davon erzählt, dass Sie ihn für einen Einbrecher halten. Aber er steht nicht. Das kann nur ein Irrtum sein. Ein Irrtum ist es, wenn Sie ihn in Schutz nehmen. Dann würde ich zur Polizei gehen und ihn anzeigen. Nein. Wenn Ihnen Schaden entstanden ist, sagen Sie mir eine Summe. Ich regle das. Wir regeln das auf meine Art. Morgen Mittag soll er in mein Haus kommen. Ist der verrückt? Was soll ich denn da... Ich habe eine Lieferung Kürbisgesichter erhalten. Die sollen meinen Garten schmücken. Ihr Axel soll die Kürbisse auspacken, entstauben und aufstellen. Ich erwarte ihn pünktlich um zwölf Uhr mittags. Guten Abend. Äh, Herr Halloween, wir sollten... Äh, mit Axel... Ähm... Das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Wenn er zur Polizei geht, musst du dir Fragen gefallen lassen und Antworten geben, die du nicht geben kannst. Überleg es dir, Junge. Hast du denn keiner beweisen, dass du wirklich in seinem Haus warst, Axel? Du hast deine Fingerabdrücke hinterlassen. Ja, aber es wäre allerdings die Chance, sich bei ihm heimlich umzusehen. Ja, Axel, ich könnte mitkommen. Wie gesagt, du hast mich mitgebracht. Weil du ein so schlechtes Gewissen hast, nun mal wird ich es weit mehr schaffen als eine. Wenn ihr meint, hoffentlich lässt das Obergespenst uns auch beide rein. Bei der Gelegenheit. Muss morgen ein Gatter reparieren und werde die Schafe im Stall lassen. Poppy, könntest du und Lilo morgen mit den Rädern zur Schafsweide fahren und nachsehen, ob sie überschwemmt ist? Wer euch dankbar hat? Klar, Uncle Jonathan. Kein Problem. Am nächsten Morgen hingen immer noch dunkle Wolken über der Landschaft. Am späten Vormittag setzten sich die Kinder auf ihre Räder und machten sich auf den Weg. Die Mädchen verabschiedeten sich in Richtung Schafsweide, während Axel und Dominik zur vereinbarten Zeit an der alten Villa des St. Halloween ankamen. Wir stellen unsere Räder hier ab. Ach, mein Dominik. Ich weiß nicht, wieso ich mich darauf eingelassen habe. Voll idiotisch. Was soll ich dir sagen, warum? Weil du ein Knickerbocker bist. Und weil du ein Knickerbocker bist, hast du keine Angst. Ich mach mir die Hosen voll, Dominik, ganz ehrlich. Das ist ein total bescheuertes Gefühl, wenn du glaubst, dass du deinen Verstand verlierst. Axel, jetzt beruhig dich. Wir haben schon ganz andere Sachen gemeistert. Ja, ich weiß. Aber mach dich auf was gefasst. Du warst in dieser Gruselhöhle noch nicht drin, aber ich... Der Garten gibt schon einen Vorgeschmack. Was voller Dämonen und Monstern aus Stein. Kein Frosch ohne Kopf. Die Riesenspinnen auf der Hecke sind auch nicht gerade niedlich. Und überall ausgehöhlte Kürbisse. Eine gewisse Ähnlichkeit mit seiner Hohlbirne ist nicht zu verkennen. Wieso will er noch mehr aufstellen davon? Weil heute Halloween ist. Das ist für ihn wie Weihnachten. Was für andere die Christbaumkugel ist, ist für ihn der Kürbis. Was für ein Witzbold. Tja. Das Gefühl, das er uns beobachtet. Wenn die Fenster am Haus alle verdunkelt sind, man kann in den Garten sehen. Ja, er weiß bestimmt schon, dass wir da sind. Geh du vor. Wieso ich? Na los, dich erwartet er schließlich. Also gut. Er hat ein Skelett an der Tür. Ein Fledermaus-Skelett. Warum bringst du jemanden mit? Das ist Dominik. Er will mir helfen. Dass ich ihn helfen kann. Wir beide wollen helfen. Tag, Herr Halloween. Er meint, wir könnten zu zweit mehr schaffen, wo Axel ihn doch so viel Ärger gemacht hat. Kein schlechter Gedanke. Rein mit euch. Und hier wird nichts angefasst, wenn ich es nicht ausdrücklich erlaubt habe. Hier entlang. Ihr geht nur dorthin, wo ich euch hinführe. Und da bleibt ihr. Hübsch, die vielen leuchtenden Katzenaugen an der schwarzen Tapete nicht, Axel? Es ist ziemlich dunkel hier drin. Warum sind die Fenster alle beklebt? Du redest zu viel. Oh, eine Teufelsstatue ganz aus Marmor. Sicher ein kostbares Stück. Ach, was soll das? Ich wollte nur... Dominik, du hast die Alarmanlage ausgelost. Nichts anfassen, habe ich gesagt. Ach, was ist das für ein Benehmen, in fremden Häusern fremde Sachen anzupacken. Bist du genauso ein Subjekt wie der da? Soll ich dich gleich wieder an die Luft setzen? Nein, es tut mir leid. Ich mache es nicht wieder. Kürbisse auspacken, abstauben und ins Regal stillen. Das sind ja Dutzende von Kartons. Na los, geht da rein. Ihr bleibt hier drin, bis ich euch wieder entlasse. Vorwärts. Kriegen wir es ein bisschen heller? Zufrieden? Oh, eine Totenkopflampe. Und jetzt an die Arbeit. Endlich ist er weg. Eingeschlossen hat er uns schon mal nicht. Wie willst du eigentlich unbemerkt im Haus rumlaufen? Es ist überall schummrig und wir haben dunkle Kleidung an. Das erhöht unsere Chance. Natürlich darf er uns nicht erwischen. Wer weiß, wozu der in der Lage ist. Dem traue ich alles zu. Komm, lass uns anfangen. Du, da kommen zwei Leute aus dem Haus. Das müssen seine Clubfreunde sein. Mal gucken, guck dir die mal an. Verkleidet als Geist und als Frankenstein. Einfach nur lächerlich. Die springen den Geländewagen, als hätten sie einen Noteinsatz bei der Feuerwehr. Der Wagen gehört in die Werkstatt. Habe ich schon mal gehört. Fehlzündung. Das kennt doch jeder. Nein, 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 nein. Vor kurzem erst. Wo war das? Axel, denk nach. Dein Gedächtnis ist nicht ausgelöscht. Es ist nur zugeschüttet. Du kommst wieder drauf. Hoffentlich. Na los, lass uns diese Mistdinger auspacken. Na super. Zur selben Zeit mühten sich Poppy und Lilo ab, mit ihrem Rad über matschige Feldwege zur Schafsweide zu fahren. Es ging nur langsam voran. Zwischendurch sammelte Poppy einige Stoffbilder auf, die auf dem Weg lagen. Plötzlich bremste Poppy wieder. Sprang vom Fahrrad, legte es zur Seite und lief ein Stück zurück. Poppy, wenn wir so weiterfahren, kommen wir nie bei der Schafsweide an. Wir müssen hier abbiegen. Was soll das? Lilo, guck, ich hab wieder was gefunden. Schon wieder ein Abzeichen? Mhm, von Axels Fußballverein. Den Aufnäher kenn ich. Der war auf Axels Jacke. Dann sind die anderen Aufnäher, die wir gefunden haben, auch da hier. Wieso liegen die verstreut in der Gegend rum? Ich vermute, Axel hat jemanden verfolgt und wollte uns Hinweise geben, weil er wusste, dass wir ihn suchen würden. Deshalb hat er die Aufnäher von seiner Jacke abgerissen. Ja, und sie nach und nach weggeworfen, damit wir ihn finden. Wie bei einer Schnitzeljagd. Genau. Hä? Sie ist vor kurzem einen Wagen gefahren. Die Abzücke sind ganz tief im Boden. Axel war da vielleicht drin. Wo führt der Weg hin? Poppy? Hm? Wenn man gerade ausfährt, dann ist das der Weg zur Halloween-Villa. Das könnte bedeuten, dass er Halloween mehr ist als ein harmloser Gruselfan. Und Axel und Dominik sind in Gefahr. Wir müssen zur Polizei. Zur Polizei? Das sind nur Vermutungen, Poppy. Nein, wir müssen auf dem schnellsten Weg zu Jonathan und ihm alles erzählen. Er muss mit uns sofort dahin und Axel und Dominik befreien. Die Abzücke sind in Gefahr. Die Abzücke sind in Gefahr. Langsam kann ich keine Kürbisse mehr sehen. Wir sind schon viel zu lange dabei. Halloween könnte sich mal sehen lassen. Wir haben keinen Platz für die leeren Kartons. Will er sie auf den Flur stellen? Wir dürfen den Raum nicht verlassen. Aber das ist die perfekte Ausrede. Wir sehen uns um und wenn er uns entdeckt, können wir immer noch sagen, wir haben ihn gesucht, um wegen der Kartons nachzufragen. Hast du von draußen was gehört? Seit wir hier drin sind, nicht das Geringste. Also da los. Aber auf deine Verantwortung. Und seht bloß leise. Ja, geh weiter. Alles schnell. Ja klar. Ich lade zur Flur mit blauem Licht. Ein Naturerlebnis. Ich muss mir kurz vorm Herzen fallen. Ich schick das auf später. Was ist hinter dieser Tür? Ein ganz normales Zimmer. Ein Gästezimmer. Waschbecken, Kleiderschrank. Hey, das Bett ist zerwühlt. Jemand wohnt hier drin. Ja. Beim Schrank steht ein Koffer. Sehen wir hier nach. Wieder so ein Zimmer. Aber es ist unbenutzt. Das Bett ist nicht mal bezogen. Zwei sind vorhin weggefahren. Ich denke, er war einer von den beiden. Er hat sich umgezogen und wir sollten glauben, er ist noch im Haus. Er scheint uns für Angsthasen zu halten, die sich nicht aus den Löchern wagen, nur weil er in der Nähe ist. Er soll uns mal kennenlernen. Ja. Keine Angst mehr? Du bist ja bei mir, du Held. Ich glaube, ohne dich wäre ich morgen noch beim Kürbis putzen. Versuchen wir die Tür. Oh, Volltreffer. Dies ist gleich eine ganze Wohnung. Und was für eine. Designermöbel vom Feinsten. Scheinen die Privatgemächer des Meisters zu sein. Geh schon rein. Ja. Mit Halloween hat die ganze Einrichtung nichts zu tun. Wenn er so ein Horrorfreak ist und immer im Kostüm rumläuft, wieso ist hier alles so anders, so nobel? Einen teuren Geschmack hat er. Womit verdient er sein Geld? Mit dem Halloween-Fanclub bestimmt nicht. Die Wohnung hat alles, was das Herz begehrt. Offene Küche, Audioanlage, Kamin. Axel? Wenn hier. Das Bad hat goldene Armaturen und ein Whirlpool. Nicht schlecht, was? In der Garderobe hängen Zaubermäntel und spitze Hüte. Damit ist klar, er wohnt hier. Willi, schnell wieder weg. Beruhig dich, Axel. Kleinen Moment. Diese Tür sieht merkwürdig aus, findest du nicht? Ja, sie ist genauso tapeziert wie die Wand. Eine Geheimtür. Ist sie offen? Ausprobieren. Hey, hörst du das? Stell sogar Drohbe hinter die Mäntel. Hoffentlich ist das klar. Ich kann es mir nicht leisten, hier im Dorf ins Gerede zu kommen. Sie reden sowieso über dich. Sie werden sich an mich gewöhnt. Je verrückter ich mich gebe, desto mehr gehen sie mir aus dem Weg. Aber dieser Flegel, den du im Auto mitgenommen hast, du hirnloser Schädel. Er hat sich einfach in das Auto geschlichen. Sowas tut man nicht. Weil du nicht aufgepasst hast, Idiot. Dieser Junghüpfer und seine Freunde, die können mir meine ganze Existenz kaputt machen. Weißt du, was das bedeutet? Das ist nicht gut, ne? Die verraten uns an die Polizei. Dann kommt die hierher und es ist aus. Auch mit dir. Ich gehe nie wieder in den Knast. Nie wieder. Ach, also halt dich an das, was ich sage. Ja. Schorsch und Kalle holen gerade den Schäfer, um ihn im Stollen festzubinden. Die beiden Jungs packen wir uns. Die kommen auch dahin, ja? Ein so kluger Kopf bist du. Ja. Die Mädchen locken wir in die Höhle und sie werden sich da verirren. Mein Plan ist perfekt. Die ganze Schnüffelsippe muss verschwinden. Ja. Aber die Polizei darf nicht merken, dass wir das waren. Siehst du, das habe ich mir auch gedacht. Nachher werden Stollen und Höhlen und Gänge in die Luft gejagt. Der ganze Steinbruch, alles wird dem Erdboden gleich gemacht. Ein Dynamitspektakel. Oh, und wenn die da drin sind und das losgeht, dann findet man niemanden mehr. Die Polizei wird zum Ergebnis kommen, dass es ein Unfall war. Ja, gut. Ähm, ich habe noch eine Frage. Was kommt jetzt wieder? Wieso wackeln deine Mäntel an der Garderobe? Was? Die beiden Jungs, ich glaube es nicht. Schnapp sie dir, Eugen. Wen? Was? Hau auf, Dominik. Zur Geheintür. Herr, spare ihnen den Weg, du Beklotter. Halt auf den Weg. Ach, sie wollen zur Geheintür. Halt ihm aus, Ansel. Zur Tür. Sie ist offen. Halt sie auf, Idiot. Warum lässt du sie vorbei? Hab ich doch gar nicht. Der ist einfach unter meinen Beinen durch. Schnell rein. Axel. Tür zu. Riegel vor. Ja. Das war knapp. Knapper geht's nicht. Macht auf. Ich lasse euch laufen, wenn ihr aufmacht. Herr Ritter zwölfe total verblödet. Und wenn er aufschließt? Das ist eine Sicherheitstür. Wenn der Riegel von innen vorliegt, kann von außen nicht geöffnet werden. Klopft so viel wie ihr wollt. Wir machen nicht auf. Sie haben eingesehen, dass wir am längeren Hebel sitzen. Von wegen, Axel. Die können uns verdursten lassen oder uns aushungern. Nur nicht durchdrehen. Äh, wo sind wir hier eigentlich? Ich verstehe nicht viel davon, aber das ist wie im Operationssaal. Alles da. OP-Tisch, Halogenbeleuchtung, jede Menge Apparaturen, Skalpelle. Boah, das zieht einem glatt die Schuhe aus. Hinter dem vornen hier ist ein kleines Fotostudio. Und ein Laserdrucker. Na, schau mal einer an. Was? In den Schränken sind Perücken und Haarteile. Falsche Bärte in allen Formen und Größen. Und in den Schubladen? Augenwimpern und, und hier, Augenbrauen. Kontaktlinsen in allen Farben. Falsche Gebisse, Zahnteile. Ein Ersatzteillager der besonderen Art. Was soll das alles? Die Schachteln haben wir noch nicht gesehen. Ach, das haben wir gleich. Wow, dutzende Führerscheinformulare. Und Blankopersonalausweise aus diversen Ländern. So langsam wird mir klar, was unser Freund anstellt. Er hilft Leuten, ihr Aussehen zu verändern. Dann fotografiert er die neuen Gesichter und stellt falsche Dokumente aus. Den Service wird er sich entsprechend bezahlen lassen. Das erklärt einiges. Axel, hier an der Wand hängen Fotos von einem Kandidaten, den er behandeln will. Siehst du, mit einem Stift hat er die neuen Gesichtszüge eingezeichnet. Dominik? Dominik, das Gesicht! Was ist denn? Hey! Jetzt fällt mir alles wieder ein. Wirklich? Als ich bei der Bogner im Laden war. Das ist der Kerl, den ich durchs Schaufenster gesehen hab. Moment. Den kenn ich doch. Ist das nicht Kalle Schick? Der Ganove, der durchs Fernsehen gesucht wurde. Deshalb hab ich ihn erkannt. Aber Halloweens Freunde verkleiden sich doch immer. Die Kapuze ist ihm kurz runtergeweht. Das reichte. So eine Visage erkennt man sofort wieder. Jedenfalls hatte die Bogner noch telefoniert. Und es musste alles so schnell gehen. Deshalb bin ich aus dem Geschäft gelaufen. Und ich hab noch gedacht, ich erklär's ihr später. Sie wird es verstehen. Kalle Schick ging in einen Zeitungsladen. Ich hab schnell den Zettel geschrieben und wollte ihn der Bogner bringen. Aber dann kam er schon zurück. Ich hab mich durch die Hecktür in den Wagen geschlichen. Als wir bei der Halloween-Villa ankamen, wurde ich entdeckt. Sie haben mich aus dem Auto gezerrt. Was hat Halloween mit dir angestellt, dass du dich nicht erinnern konntest? Dominik, könnten wir die Konferenz auch später verschieben? Lass uns lieber überlegen, wie wir hier rauskommen. Es gibt nur die Tür, durch die wir reingekommen sind. Ach, viel zu gefährlich. Schieb mit mir den Schrank zur Seite. Los, fass an! Warum das denn? Mach endlich! Axel, du bist wieder der Alte. Bin nicht froh. Red nicht, schieb! Hier ist der Abzugsschacht für die Klimaanlage. Wir müssen das Gitter lösen. Das geht schnell. Aber ich soll da nicht hochklettern, oder? Wir holen euch jetzt! Macht euch auf was gefasst! Du kannst auch warten, bis sie die Tür aufgebrochen haben. Wir müssen sehen, dass wir hier rauskommen. Sag ich doch die ganze Zeit! Ja, los! Komm schon! Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Onkel Jonathan? Wo bist du? Wir müssen mit dir reden. Es ist wichtig. Wo bist du? Bodo ist auch nicht da. Doch, er liegt draußen in seiner Hütte. Ich habe ihn gesehen. Er hat geschlafen. Toller Wachbund. Er ist Onkel Jonathans bester Freund und die beiden unternehmen immer alles zusammen. Ich verstehe nicht, dass Onkel Jonathan allein weg ist. Ob er in der Scheune ist? Oh, ich gehe hin. Lilo, hier liegt ein Brief. An die beiden Mädchen. Hä? Von wem? Keine Ahnung. Warte. Wir haben Jonathan, den Schäfer und die beiden Jungs in unserer Obhut. Was? Das klingt nach Entführung. Gib her. Hier. Sobald unsere Arbeit erledigt ist, lassen wir sie frei. Keine Aktion, keine Polizei, sonst seht ihr sie nicht lebend wieder. Was? Weitere Hinweise folgen per Telefon, also hierbleiben. Keine Unterschrift, so eine Sauerei. Herr Halloween und seine Freunde, die haben uns in der Hand. Lilo, was sollen wir tun? Wir können nur warten, bis sie uns anrufen. Bodo ist aufgewacht. Vielleicht kommt Onkel Jonathan. Lilo! Pompi! Das sind Axel und Dominik. Warte, ich mache auf. Hi. Schön, euch zu sehen. Wie gut, dass ihr hier seid. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wollen wir Smalltalk halten oder Onkel Jonathan befreien? Wie, ja, weißt ihr denn, wo er steckt? Ja, im Steinbruch. Wir erzählen euch alles unterwegs. Kommt. Nehmen wir die Räder? Es wird dunkel, da kommen wir bei dem Matsch nicht voran. Laufen wir. Wartet, ich hole Bodo. Wir nehmen ihn mit. Okay. Nach einer halben Stunde hatte die Knickerbocker-Bande das alte Bergwerk erreicht. Die Lichter ihrer Taschenlampen zuckten durch die Dunkelheit, als sie an kahlen Büschen vorbei auf den Steinbruch zuliefen. Sie kletterten über Absperrungen, die ihn in den Weg versperrten. Gelbe Schilder warnten überall vor der Explosion. Sie rannten über einen schmalen Pfad zu einer Öffnung in der Felswand. Das muss in einer der Höhen sein, die es hier gibt. Vielleicht kann er uns hören. Onkel Jonathan! Wo bist du? Sag was! Jonathan! Jonathan! Jede Sekunde kann hier alles hochgehen. Bodo, du bist unsere letzte Hoffnung. Such dein Herrchen. Wo ist Onkel Jonathan? Hä? Wo ist er? Der kann vielleicht ein paar Schafe jagen, aber alles andere kannst du vergessen. Ha! Denkst du, Axel? Bodo ist sehr schlau. Vielleicht kann er Jonathans Spur aufnehmen. Hier, Poppy. Lass ihn an dem Schall schnuppern. Den habe ich mir vorhin von Jonathans Garderobe geschnackt, wenn mir kalt war. Riech, Bodo. Was ist da? Fein, gut so. Also ich würde an deinem angemüffelten Schal jetzt nicht riechen, Lilo. Das kann er gerade noch erfahren, Axel. Bei dir würde Bodo doch glatt tot umfallen. Helle. Bodo hat die Fährte aufgenommen. Daher. Nicht so schnell, Bodo. Es ist zu dunkel. Alle machen wir auf Bodo hatten, damit wir ihn nicht verlieren. Ich würde euch nicht wundern, wenn er mit einem Wildschwein her ist. Und wir dackeln brav mit. Die Nase knapp über dem Boden rannte der Hund durch die Höhlengänge des Steinbruchs. Die Knickerbocker blieben ihm auf den Fersen. Bei einer Abzweigung zögerte er. Schnupperte intensiv auf der Stelle und entschied sich dann für einen kleinen Weg, der in einen Stollen führte. Nach einigen Schritten blieb er stehen. Hier muss es sein. Was? Das Wildschwein? Bodo sei still. Hört ihr das? Jonathan? Wo bist du? Er muss hier sein. Wer liegt da? Onkel Jonathan. Gott sei Dank. Er ist ganz durchgefroren. Komm, ich muss mal die von Klebeband. Danke. Jetzt meine Füße. Ich hab's gleich. Ist ja gut, Bodo. Kinder, Kinder, wir müssen ganz schnell weg. Der Steinbruch soll gesprengt werden. Wissen wir, Jonathan? Meine Beine, wir sind ganz steif vor Gelde. Wir stützen dich, Jonathan. Geht's? Ja. Wir müssen endlich weg. Und wenn wir uns verlaufen haben? Bodo hat hergefunden und er findet auch den Weg zurück. Los, Bodo. Los, such den Ausgang. Der Hund ist eine echte Schau. Du musst dich bei ihm entschuldigen, Axel. Noch so eine Heldentat, Bodo, und ich sing mit dir ein Ständchen für alle. Zielsicher lief Bodo voran. Onkel Jonathan musste sich bei Axel und Dominik abstützen. Zu stark schmerzten seine Beine. Immer wieder blieb Bodo stehen, sah sich rum und wartete auf seine Freunde. Jede Sekunde konnte die Explosion erfolgen. Also draußen sind wir schon mal. Danke, Bodo. Damit sind wir aber noch nicht in Sicherheit. Das Sprengsignal! Nicht sprengen! Wir sind noch hier! Halt! Die sind viel zu weit weg, die hören uns nicht. Die Zeit liegt zwischen Signal und Sprengung. Darüber könnten wir jetzt lange nachdenken. Wir könnten aber auch weiterlaufen. Kinder, Kinder, lauft ihr vor, ich komme schon. Kein Fall, Jonathan. Wir laufen dich nicht im Stich. Jeder Schritt bringt uns mehr Sicherheit. Klingt wie ein Werbespot. Da vorne ist die Acht da rum. Jetzt haben sie auch die Klappe. Oh nein! Lauf! Lauf! Ich kann nicht mehr. Du kannst, Jonathan, ich halte dich doch. Und der ganze Boden klingelt. Ach, wir haben alle eine schöne Bauchladen gemacht. Ja, wir waren schon weg. Ihr habt mir das Leben gerettet, Kinder. Kleine Gegenleistung für deine Gastfreundschaft, Jonathan. Sieht euch das an. Och, das ganze Bergwerk. Nur noch ein einziger Trichter. Wo ist Bodo? Er will weiter. Ja, recht hat er. Hilft mir auf. Ja. Wir müssen ins Dorf. Zur Polizei. Ja, da haben wir einiges zu erzählen. Über die Landstraße, das ist der kürzeste Weg ins Dorf. Okay. Oh, das war so. Endlich. Hetzen wir uns einen Moment ins Gras. Puh, ausruhen. Bodo, zu mir, komm. Komm. Sitz. Ja, so ist brav. Hey, da hinten. Ein Auto. Schnell alle hinter dem Busch hier. Ja. Der fällt aber ziemlich langsam. Ja, und er sucht mit Scheinwerfern die Gegend ab. Das könnte Halloween sein. Gib mir meinen Rucksack, okay? Ja, bitte. Ja, danke. Ja, hier. Hier, zieht das an. Halloween-Kostüme? Hier sollen wir jetzt anziehen. Ja, du das. Axel, ihr das. Und hier für dich, Poppy. Einfach überstreifen und die Masken aufsetzen. Soll das Hexenkostüm anziehen? Ah, egal, jetzt. Die Kostüme sind die perfekte Tarnung. Alle Kinder laufen heute so rum. Ach ja, heute ist ja Halloween. Ja, die Gangster können nicht sicher sein, dass wir bei der Explosion draufgegangen sind. Ja, solange sie nicht sicher sind, werden sie in Suche. Wieso hast du die Kostüme überhaupt dabei? Ich hatte sie für euch besorgt und kam gerade nach Hause, da haben sie mich überfallen. Der Wagen kommt näher. Wenn der Lichtstrahl uns hier hinter dem Busch erwischt, weiß er Bescheid. Geht auf die Straße. Bodo, wir tun so, als wenn wir ins Dorf wollen. Das ist unverdächtig. Onkel Jonathan, leg dich flach hin. Wir holen dich, wenn er weggefahren ist. Und Bodo muss bei dir bleiben. Ja, komm, Bodo. Dominik, du bist die schönste Hexe, die ich jemals gesehen habe. Teuflisch witzig, Axel. Axel, Dominik, ihr dürft jetzt nicht mehr sprechen. Herr Halloween kennt eure Stimmen. Heils, er ist es. Er ist es. Ganz normal bleiben jetzt. Hey, ihr da. Ja? Ihr bleibt stehen. Eugen, halt die Kiste. Ja. Kürze Kostüme habt ihr an. Oh, danke. Sie aber auch. Es ist Halloween. Ja, wir wollen ins Dorf. Wenn wir unser Gedicht aufsagen, geben uns die Leute Süßigkeiten. Manchmal sogar Geld. Freundliche Menschen gibt es. Ja. Aber hier ist es dunkel und gefährlich. Es gibt böse Leute in dieser Gegend. Du fragst zu viel, Eugen. Habt ihr zufällig vier Kinder in der Nähe gesehen, die nicht verkleidet sind? Nein. Die sind uns nicht aufgefallen. Was ist mit den beiden da? Können die nicht reden? Sie ist die kleine Hexe. Ja, und der Teufel ist ihr Bruder. Ja, sie haben sich gegenseitig angesteckt. Halsentzündung, wissen Sie? Ja, ja. Mumps. Angina oder sowas. Was ganz Schlimmes. Dann fahren wir lieber. Die stecken uns noch an. Wir bleiben, Eugen. Die Größte käme doch hin. Größte? Von wem? Ich erkläre es dir morgen. Ihr seid zu viert und wir suchen doch vier. Stimmt's? Stimmt's, Eugen? Eins, zwei, drei, vier. Ja. Sie sind zu viert. Hey, Hexe. Nimm deine Maske ab. Und du, Teufel, auch. Na ho. Also, wir müssen weiter. Bis dann. Wiedersehen. Ihr bleibt hier. Alle. Geht nicht. Wir haben es eilig. Bleibt stehen. Das sind sie, Eugen. Lauf! Leid ihnen den Weg ab. Fahr ihnen hoch. Ich versuch's da. Gleich haben wir sie. Was sucht der Köter da auf der Straße? Er lässt uns nicht vorbei. Dann fahr ihn breit, du Torfkopf. Gib Gas. Das sind wir hier. Ihr kann doch nicht einfach das arme Tier. Halt drauf! Halt drauf! Was ist das? Was ist das? Halt, 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 halt! Halt, halt, halt! Also, Kinder, das ganze Dorf ist auf den Beinen. Die Leute erwarten euch. Ich bin schon ganz aufgeregt, Uncle Jonathan. Ja, wir sind euch so dankbar, dass ihr das Halloween-Nest ausgehoben habt. Und alle kommen verkleidet? Alle. Selbst der Bürgermeister und Frau Bogner, versteht sich. Dass sie nur für uns noch einmal Halloween veranstalten wollen? Wahnsinn. Ja, ihr seid gestern ja auch zu kurz gekommen. Es war allerdings wichtiger, dass Herr Halloween und sein Kumpan ins Gefängniskrankenhaus gebracht wurden. Fest schlafend unter Polizeischutz. Tja, das kommt davon, wenn man unangeschnallt gegen einen Baum fährt. Dieser Halloween hat trotzdem was Geniales. Tolle Idee, die Leute mit Maske rumlaufen zu lassen. Vor der Veränderung konnten die Verbrecher damit ihre langgesuchten Visagen verstecken. Und nach der Operation trugen sie Masken, solange ihre Gesichter noch nicht verheilt waren. Das Gedächtnissirum hat er auch entwickelt. Er ist nicht nur Arzt, sondern auch Wissenschaftler. Ja, schade, dass so viel Talent nun im Knast verdorben. Ja, seine Freunde können ihn ja trösten. Die Polizei hat die anderen beiden in der Villa verhaftet. Das muss man sich mal reinziehen. Jahrelang hat der hier Verbrechern zu einer neuen Identität verholfen. Und keiner hat es gemerkt. Wir haben es gemerkt. Genauer gesagt, ich war so frei. Ja, nur hattest du ja alles wieder vergessen. Wir mussten dich aus dem Schlamassel ziehen. Kann ich was dafür, wenn der mir so eine Vergessensdroge verpasst? Dr. Ross hat er sie auch gegeben. Na, so hundertprozentig war die Wirkung hier zum Glück nicht. Axel hat sich ja wieder erinnert. Sei sicher, Jonathan, ich bin immun. Ich kriege keine Anämie mehr. Axel, Amnesie heißt das Wort. Anämie ist eine Blutkrankheit. Amnesie, Anämie, Amnestie. Da soll man die Übersicht behalten, Herr Professor. Na, wie sehe ich aus mit meinem Zauberhut? Poppy, die Zauberin, klasse. Aber ich als Vampir kann mich auch sehen lassen, oder? Ja, so ein Verpürchen, Milo. Am besten gefällt mir immer noch die süße Hexe da. Ach, du Schnuckelmäuschen. Tu dich lieber um. Nehmen wir Bodo mit? Ja, klar. Immerhin hat Bodo uns gestern zweimal gerettet. Zum Glück ist hier nichts passiert. Axel, was ist eigentlich mit deinem Versprechen, mit Bodo ein Ständchen zu bringen? Hm, komm ich wohl nicht drum rum, was? Gut, hier ist mein Kostüm. Äh, Haarteile? Wolfsmänen. Hi. Bodo und ich gehen als Wehrwölfe. Komm, aufsetzen, Bodo. So, siehst du? Schön still halten. Und ich nehme meine Mähne. Wir haben vorhin schon mal probiert. Bodo? Wie heißt auf Wehrwölfisch, wir sind die Knickerbocker, wir lassen niemals locker? Na? Okay, und jetzt unser Ständchen. Wir sind die Knickerbocker, wir lassen niemals locker. La 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 Wo liegen die Verstreute in der Gegend rum? Ich vermute, Axel hat jemanden verfolgt und wollte uns Hinweise geben, weil er wusste, dass wir ihn suchen würden. Deshalb hat er die Ausnähe von seiner Jacke abgerissen. Ja, und sie nach und nach weggeworfen, damit wir ihn finden. Wie bei einer Schnitzeljagd. Genau. Hey, sie ist vor kurzem einen Wagen gefahren. Die Abstrücke sind ganz tief im Boden. Axel war da vielleicht drin. Wo führt der Weg hin? Poppy? Hm? Wenn man geradeaus fährt, dann ist das der Weg zur Halloween-Villa. Das könnte bedeuten, dass er Halloween mehr ist als ein harmloser Gruselfan. Und Axel und Dominik sind in Gefahr. Wir müssen zur Polizei. Zur Polizei? Das sind nur Vermutungen, Poppy. Nein, wir müssen auf dem schnellsten Weg zu Jonathan und ihm alles erzählen. Er muss mit uns sofort dahin und Axel und Dominik befreien. Die Kostüme sind die perfekte Tarnung. Alle Kinder laufen heute so rum. Ach ja, heute ist ja Halloween. Ja, die Gangster können nicht sicher sein, dass wir bei der Explosion draufgegangen sind. Ja, solange sie nicht sicher sind, werden sie in Suche. Wieso hast du die Kostüme überhaupt dabei? Ich hatte sie für euch besorgt und kam gerade nach Hause. Da haben sie mich überfallen. Der Wagen kommt näher. Wenn der Lichtstrahl uns hier hinter dem Busch erwischt, weiß er Bescheid. Geht auf die Straße. Gut. Wir tun so, als wenn wir ins Dorf wollten. Das ist unverdächtig. Onkel Jonathan, leg dich flach hin. Wir holen dich, wenn er weggefahren ist. Und Bodo muss bei dir bleiben. Ja. Komm, Bodo. Dominik, du bist die schönste Hexe, die ich jemals gesehen habe. Teuflisch witzig, Axel. Axel, Dominik, ihr dürft jetzt nicht mehr sprechen. Herr Halloween kennt eure Stimmen. Falls er sie ist. Er ist es. Ganz normal bleiben jetzt. Hey, ihr da. Ja? Ihr bleibt stehen. Eugen, halt die Kiste. Ja. Kürze Kostüme habt ihr an. Oh, danke. Sie aber auch. Es ist Halloween. Ja. Wir wollen ins Dorf. Wenn wir unser Gedicht aufsagen, geben uns die Leute Süßigkeiten. Manchmal sogar Geld. Freundliche Menschen gibt es. Ja. Aber hier ist es dunkel und gefährlich. Es gibt böse Leute in dieser Gegend. Du schaffst zu viel Eugen. Habt ihr zufällig viel... ...ziehen. Kann ich was dafür, wenn der mir so eine Vergessensdroge verpasst? Dr. Ross hat er sie aufgegeben. Na, so hundertprozentig war die Wirkung ja zum Glück nicht. Axel hat sich ja wieder erinnert. Sei sicher, Jonathan. Ich bin immun. Ich krieg keine Anämie mehr. Axel, Amnesie heißt das Wort. Anämie ist eine Blutkrankheit. Amnesie, Anämie, Amnestie. Da soll man die Übersicht behalten, Herr Professor. Na, wie sehe ich aus mit meinem Zauberhut? Poppy, die Zauberin. Klasse. Aber ich als Vampir kann mich auch sehen lassen, oder? Ja, so ein Fürchten wie du. Am besten gefällt mir immer noch die süße Hexe da. Ach, du Schnuckelmäuschen. Nehmen wir Bodo mit? Ja, klar. Natürlich. Immerhin hat Bodo uns gestern zweimal gerettet. Zum Glück ist ihm nichts passiert. Axel, was ist eigentlich mit deinem Versprechen, mit Bodo ein Ständchen zu bringen? Komm ich wohl nicht drum rum, was? Gut, hier ist mein Kostüm. Haarteile? Wolfsmänen. Hi. Bodo und ich gehen als Werwölfe. Komm, aufsetzen, Bodo. So, siehst du? Schön still halten. Und ich nehme meine Mähne. Wir haben vorhin schon mal probiert. Bodo? Wie heißt auf Werwölfisch, wir sind die Knickerbocker, wir lassen niemals locker? Na, hier drin? Ja, beim Schrank steht ein Koffer. Sehen wir hier nach. Wieder so ein Zimmer. Aber es ist unbenannt. Das Bett ist nicht mal bezogen. Zwei sind vorhin weggefahren. Ich denke, er war einer von den beiden. Er hat sich umgezogen und wir sollten glauben, er ist noch im Haus. Er scheint uns für Angsthasen zu halten, die sich nicht aus den Löchern wagen, nur weil er in der Nähe ist. Da soll er uns mal kennenlernen. Keine Angst mehr? Du bist ja bei mir, du Held. Ich glaube, ohne dich wäre ich morgen noch beim Kürbis putzen. Versuchen wir die Tür. Volltreffer. Dies ist gleich eine ganze Wohnung. Und was für eine. Designermöbel vom Feinsten. Scheinen die Privatgemächer des Meisters zu sein. Geh schon rein. Mit Halloween hat die ganze Einrichtung nichts zu tun. Wenn er so ein Horrorfreak ist und immer im Kostüm rumläuft, wieso ist hier alles so anders, so noble? Einen teuren Geschmack hat er. Womit verdient er sein Geld? Mit dem Halloween-Fanclub bestimmt nicht. Die Wohnung hat alles, was das Herz begehrt. Offene Küche, Audioanlage, Kamin. Axel? Ich bin hier. Das Bad hat goldene Armaturen und ein Whirlpool. Es findet man niemanden mehr. Die Polizei wird zum Ergebnis kommen, dass es ein Unfall war. Ja, gut. Ähm, ich habe noch eine Frage. Was kommt jetzt wieder? Wieso wackeln deine Mäntel an der Garderobe? Was? Die beiden Jungs. Ich glaube es nicht. Schnapp sie dir, Eugen. Wen? Was? Hau auf, Dominik. Zur Geheintür. Herr, spar ihnen den Weg, du Beflopter. Volltrottel. Ach, sie wollen zur Geheintür. Halt sie mal aus, Axel. Zur Tür. Sie ist offen. Halt sie auf, Idiot. Warum lässt du sie vorbei? Hab ich doch gar nicht. Der ist einfach unter meinen Beinen durch. Geht schnell rein, Axel. Tür zu. Wiege vor. Ja. Das war knapp. Knapper geht's nicht. Macht auf. Ich lasse euch laufen, wenn ihr aufmacht. Herr Rittertslöfe, total verblödet. Und wenn er aufschließt? Das ist eine Sicherheitstür. Wenn der Riegel von innen vorliegt, kann von außen nicht geöffnet werden. Klopft so viel wie ihr wollt. Wir machen nicht auf. Sie haben eingesehen, dass wir am längeren Hebel sitzen. Von wegen, Axel. Die können uns verdursten lassen oder uns aushungern. Nur nicht durchdrehen. Äh, wo sind wir hier eigentlich? Einen Beinen durch. Schnell rein, Axel. Tür zu. Liege vor. Ja. Das war knapp. Knapper geht's nicht. Macht auf. Ich lasse euch laufen, wenn ihr aufmacht. Herr Rittertslöfe, total verblödet. Und wenn er aufschließt? Das ist eine Sicherheitstür. Wenn der Riegel von innen vorliegt, kann von außen nicht geöffnet werden. Klopft so viel wie ihr wollt. Wir machen nicht auf. Sie haben eingesehen, dass wir am längeren Hebel sitzen. Von wegen, Axel. Die können uns verdursten lassen oder uns aushungern. Nur nicht durchdrehen. Äh, wo sind wir hier eigentlich? Ich verstehe nicht viel davon, aber das ist wie im Operationssaal. Alles da. OP-Tisch, Halogenbeleuchtung, jede Menge Apparaturen, Skalpelle. Boah, das zieht einem glatt die Schuhe aus. Hinter dem Vorhang hier ist ein kleines Fotostudio und ein Laserdrucker. Na, schau mal einer an. Was? In den Schränken sind Perücken und Haarteile. Falsche Bärte in allen Formen und Größen. Und in den Schubladen? Augenwimpern und, und hier, Augenbrauen. Kontaktlinsen in alten Farben. Falsche Gebisse, Zahnteile. Das ist ein total bescheuertes Gefühl, wenn du glaubst, dass du deinen Verstand verlierst. Axel, jetzt beruhig dich. Wir haben schon ganz andere Sachen gemeistert. Ja, ich weiß. Aber mach dich auf was gefasst. Du warst in dieser Gruselhöhle noch nicht drin, aber ich... Der Garten gibt schon einen Vorgeschmack. Das ist voller Dämonen und Monstern aus Stein. Kein Frosch ohne Kopf. Die Riesenspinnen auf der Hecke sind auch nicht gerade niedlich. Und überall ausgehüllte Kürbisse. Eine gewisse Ähnlichkeit mit seiner Hohlbirne ist nicht zu verkennen. Wieso will er noch mehr aufstellen davon? Weil heute Halloween ist. Und das ist für ihn wie Weihnachten. Was für andere die Christbaumkugel ist, ist für ihn der Kürbis. Was für ein Witz, Bolt. Tja. Das Gefühl, dass er uns beobachtet. Wenn die Fenster am Haus alle verdunkelt sind, man kann ja den Garten sehen. Ja, er weiß bestimmt schon, dass wir da sind. Geh du vor. Wieso ich? Na los, dich erwartet das schließlich. Na, sehr gut. Hurra! Er hat ein Skelett an der Tür. Ein Fledermaus-Skelett. Warum bringst du jemanden mit? Das ist Dominik. Er will mir helfen. Dass ich ihn helfen kann. Wir beide wollen helfen. Tag, Herr Halloween. Er meint, wir könnten zu zweit mehr schaffen, wo Axel ihn doch so viel Ärger gemacht hat. Kein schlechter Gedanke. Ähm, rein mit euch. Das sind ja Dutzende von Kartons. Na los, geht da rein. Ihr bleibt hier drin, bis ich euch wieder entlasse. Vorwärts. Kriegen wir es ein bisschen heller? Zufrieden? Oh, eine Totenkopflampe. Und jetzt an die Arbeit. Ah, endlich ist er weg. Eingeschlossen hat er uns schon mal nicht. Wie willst du eigentlich unbemerkt im Haus rumlaufen? Es ist überall schummrig und wir haben dunkle Kleidung an. Das erhöht unsere Chance. Natürlich darf er uns nicht erwischen. Wer weiß, wozu der in der Lage ist. Dem traue ich alles zu. Komm, lass uns anfangen. Du, da kommen zwei Leute aus dem Haus. Das müssen seine Clubfreunde sein. Guck dir die mal an. Verkleidet als Geist und als Frankenstein. Einfach nur lächerlich. Die springen in den Geländewagen, als hätten sie einen Noteinsatz bei der Feuerwehr. Der Wagen gehört in die Werkstatt. Hab ich schon mal gehört. Fehlzündung. Das kennt doch jeder. Nein, 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 nein. Vor kurzem erst. Wo war das? Axel, denk nach. Dein Gedächtnis ist nicht ausgelöscht. Es ist nur zugeschüttet. Du kommst wieder drauf. Hoffentlich. Na los, lass uns diese Mistdinger auspacken. Na super. Das ist abgenommen. Mal sehen, ob das Ergebnis schon vorliegt. Vergesst das Fahrrad nachher nicht. Geht klar. Komm, Axel. Was war hier? Lass dir Zeit. Kommt dir was bekannt vor? Nein. Mühlengasse. Mühlengasse. Nie gehört. Nie gesehen. Vielleicht doch. Denk nach. Fachwerkhäuser, Vorgärten, Gartenzwerge, Briefkasten, Kuhfladen. Eine Straße wie in jedem anderen Kuhdorf auch. Moment. Die Sitzbahn. Was ist mit der? Ich hab auf ihr gesessen und... Ja! Was? Ich hab hier was geschrieben. Da liegt zerknirrtes Papier neben der Bank. Moment. Steht was drauf. Das könnte deine Handschrift sein. Vergiss es. Der Regen hat alles verwischt. Was steht hier? Hey, Leute, ganz wichtig. Irrtum ausgeschlossen. Aber soeben... Das war's. Mist. Wieso hab ich diesen Zettel geschrieben? Wieso hier? Wieso hast du ihn dann weggeworfen? Das hat keinen Sinn. Okay. Der Ring hat aufgehört. Und wir... Das Dorf ist auf den Beinen. Die Leute erwarten euch. Ich bin schon ganz aufgeregt, Onkel Jonathan. Ja. Sie sind euch so dankbar, dass ihr das Halloween-Nest ausgehoben habt. Und alle kommen verkleidet? Alle. Selbst der Bürgermeister und Frau Bogner, versteht sich. Was sie nur für uns noch einmal Halloween veranstalten wollen? Wahnsinn. Na ja, ihr seid gestern ja auch zu kurz gekommen. Es war allerdings wichtiger, dass Herr Halloween und sein Kumpan ins Gefängniskrankenhaus gebracht wurden. Fest schlafend unter Polizeischutz. Tja, das kommt davon, wenn man unangeschnallt gegen einen Baum fährt. Dieser Halloween hat trotzdem was Geniales. Tolle Idee, die Leute mit Maske rumlaufen zu lassen. Vor der Veränderung konnten die Verbrecher damit ihre langgesuchten Visagen verstecken. Und nach der Operation trugen sie Masken, solange ihre Gesichter noch nicht verheilt waren. Das Gedächtnissirum hat er auch entwickelt. Er ist nicht nur Arzt, das hat dann auch Wissenschaftler. Ja, schade, dass so viel Talent nun im Knast verdockt. Ja, seine Freunde können ihn ja trösten. Die Polizei hat die anderen beiden in der Villa verhaftet. Das muss man sich mal reinziehen. Jahrelang hat der hier Verbrechern zu einer neuen Identität verholfen. Und keiner hat es gemerkt. Wir haben es gemerkt. Genau gesagt, ich war so frei. Ja, nur hattest du ja alles wieder vergessen. Wir mussten dich aus dem Schlamassel ziehen. Kann ich was dafür, wenn der mir so eine Vergessensdroge verpasst? Dr. Ross hat er sie auch gegeben. Na, so hundertprozentig war die Wirkung ja zum Glück nicht. Axel hat sich ja wieder erinnert. Sei sicher, Jonathan, ich bin immun. Ich krieg keine Anämie mehr. Axel. Alter. Läuft in komischen Klamotten rum. Ist aber harmlos. Muss eine Menge Geld haben. Ist Vorsitzender vom HFC. Was soll das sein? Hula-Fratzen-Club? Ja, Club ist schon richtig. Er führt den Halloween-Fan-Club. Hat manchmal Besuch von allen möglichen Leuten. Spinner wie er. Halloween ist doch immer am 31. Oktober. Da ziehen die Kinder als gruselgestalt verkleidet von Haus zu Haus, und sagen einen Spruch auf und kassieren dafür Süßigkeiten. Ist der Mann nicht zu alt dafür? Ich sag ja, ein Verrückter. Er und seine Clubmitglieder verkleiden sich, sammeln so ein Gruselzeug. Sie leben in der Halloween-Welt. Soll das heißen, die feiern Halloween das ganze Jahr über? Feiern? Nee. Verehrung oder so. Geisterkult, was weiß ich. Wie lange wohnt er denn schon hier? Oh, sechs, sieben Jahre, schätze ich. Kein Mensch weiß, wo er herkommt. Er hat keinen Kontakt mit den Dorfbewohnern. Die Leute hier haben sich an den Spaßvogel gewöhnt. Ich finde, Axel muss sich irgendwie verteidigen. Er hat doch nichts Schlimmes gemacht. Ich würde nie klauen. Bestimmt nicht. Und wenn mein Dachschaden noch so groß ist... Na, lass gut sein, Axel. Alles nur ein Missverständnis. Frau Bogner hat ihr Geld gekriegt. Und der alte Halloween hat sich einen Spaß gemacht. Aber das mit deinem Gedächtnis. Hab Frau Dr. Ross angerufen. Sie will gleich morgen früh vorbeikommen und dich untersuchen. Ich halte es für besser. Ich hab mal gelesen, dass Leute bei Amnesie an den Ort... Was für ein Ding? Amnesie, Herr... Nach einer halben Stunde hatte die Knickerbocker-Bande das alte Bergwerk erreicht. Die Lichter ihrer Taschenlampen zuckten durch die Dunkelheit, als sie an kahlen Büschen vorbei auf den Steinbruch zuliefen. Sie kletterten über Absperrungen, die ihnen den Weg versperrten. Gelbe Schilder warnten überall vor der Explosion. Sie rannten über einen schmalen Pfad zu einer Öffnung in der Felswand. Er muss in einer der Höhlen sein, die es hier gibt. Vielleicht kann er uns hören. Onkel Jonathan! Wo bist du? Sag was! Jonathan! Jede Sekunde kann hier alles hochgehen. Bodo, du bist unsere letzte Hoffnung. Such dein Herrchen. Wo ist Onkel Jonathan? Wo ist er? Der kann vielleicht ein paar Schafe jagen, aber alles andere kannst du vergessen. Ha! Denkst du, Axel? Bodo ist sehr schlau. Vielleicht kann er Jonathans Spur aufnehmen. Hier, Poppy. Lass ihn an dem Schal schnuppern. Den habe ich mir vorhin von Jonathans Garderobe geschnackt, weil mir kalt war. Riech, Bodo! Was ist da? Fein, gut so. Also ich würde an deinem angemüffelten Schal jetzt nicht riechen, Lilo. Das kann er gerade noch erklären, Axel. Bei dir würde Bodo doch glatt tot umfallen. Die Hölle. Bodo hat die Färte aufgenommen. Da ja. Also Kinder, das ganze Dorf ist auf den Beinen. Die Leute erwarten euch. Ich bin schon ganz aufgeregt um Jonathan. Ja, wir sind euch so dankbar, dass ihr das Halloween-Nest ausgehoben habt. Und alle kommen verkleidet? Alle. Selbst der Bürgermeister und Frau Bogner, versteht sich. Dass sie nur für uns noch einmal Halloween veranstalten wollen. Wahnsinn. Ja, ihr seid gestern ja auch zu kurz gekommen. Es war allerdings wichtiger, dass Herr Halloween und sein Kumpan ins Gefängniskrankenhaus gebracht wurden. Fest schlafend unter Polyps-Heilschutz. Tja, das kommt davon, wenn man unangeschnallt gegen einen Baum fährt. Dieser Halloween hat trotzdem was Geniales. Tolle Idee, die Leute mit Maske rumlaufen zu lassen. Vor der Veränderung konnten die Verbrecher damit ihre langgesuchten Visagen verstecken. Und nach der Operation trugen sie Masken, solange ihre Gesichter noch nicht verheilt waren. Das Gedächtnissirum hat er auch entwickelt. Er ist nicht nur Arzt, sondern auch Wissenschaftler. Ja, schade, dass so viel Talent nun im Knast verdockt. Seine Freunde können ihn ja trösten. Die Polizei hat die anderen beiden in der Villa verhaftet. Das muss man sich mal reinziehen. Jahrelang hat der hier Verbrechern zu einer neuen Identität verholfen. Und kein... Kein Problem. Am nächsten Morgen hingen immer noch dunkle Wolken über der Landschaft. Am späten Vormittag setzten sich die Kinder auf ihre Räder und machten sich auf den Weg. Die Mädchen verabschiedeten sich in Richtung Schafsweide, während Axel und Dominik zur vereinbarten Zeit an der alten Villa des St. Halloween ankamen. Wir stellen unsere Räder hier ab. Ach man Dominik, ich weiß nicht, wieso ich mich darauf eingelassen habe. Voll idiotisch. Soll ich dir sagen, warum? Weil du ein Knickerbocker bist. Und weil du ein Knickerbocker bist, hast du keine Angst. Ich mach mir die Hosen voll, Dominik, ganz ehrlich. Es ist ein total bescheuertes Gefühl, wenn du glaubst, dass du deinen Verstand verlierst. Axel, jetzt beruhig dich. Wir haben schon ganz andere Sachen gemeistert. Ja, ich weiß. Aber mach dich auf was gefasst. Du warst in dieser Gruselhöhle noch nicht drin, aber ich... Der Garten gibt schon einen Vorgeschmack. Er ist voller Dämonen und Monstern aus Stein. Und durchstehen. Ja, Herr Halloween, das ist ja mal eine nette Überraschung. Nett finden Sie das? Ja? Ja, kommen Sie rein. Sie werden ja ganz nass. Regen macht mir nichts. Der Gummimantel schützt mich. Ein besonders schönes Stück, der Mantel. Ach, tauschen wir keine Belanglosigkeiten aus. Hören Sie zu. Einer der Jungs, die bei Ihnen wohnen, ist bei mir eingebrochen. Außerdem fehlen zwei Schrumpfköpfe aus meiner Sammlung. Er hat mich gestohlen. Ach, das ist doch... Herr Halloween, der Axel hat mir davon erzählt, dass Sie ihn für einen Einbrecher halten. Aber er stiehlt nicht. Das kann nur ein Irrtum sein. Ein Irrtum ist es, wenn Sie ihn in Schutz nehmen. Ja, dann würde ich zur Polizei gehen und ihn anzeigen. Kann ich mal hin? Wenn Ihnen Schaden entstanden ist, sagen Sie mir eine Summe. Ich regle das. Wir regeln das auf meine Art. Morgen Mittag soll er in mein Haus kommen. Ist der verrückt? Was soll ich denn da... Ich habe eine Lieferung Kürbisgesichter erhalten. Die sollen meinen Garten schmücken. Ihr Axel soll die Kürbisse auspacken, entstauben und aufstellen. Ich erwarte ihn pünktlich um zwölf Uhr mittags. Guten Abend. Herr Halloween, wir sollten mit Axel... Das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Wenn er zur Polizei geht, musst du dir Fragen gefallen lassen und Antworten geben, die vorwärts. Kriegen wir es ein bisschen heller? Zufrieden? Oh, eine Totenkopflampe. Und jetzt an die Arbeit. Endlich ist er weg. Eingeschlossen hat er uns schon mal nicht. Wie willst du eigentlich unbemerkt im Haus rumlaufen? Es ist überall schummrig und wir haben dunkle Kleidung an. Das erhöht unsere Chance. Natürlich darf er uns nicht erwischen. Wer weiß, wozu der in der Lage ist. Dem traue ich alles zu. Komm, lass uns anfangen. Du, da kommen zwei Leute aus dem Haus. Das müssen seine Clubfreunde sein. Guck dir die mal an. Verkleidet als Geist und als Frankenstein. Einfach nur lächerlich. Die springen in den Geländewagen, als hätten sie einen Noteinsatz bei der Feuerwehr. Der Wagen gehört in die Werkstatt. Das habe ich schon mal gehört. Fehlzündung. Das kennt doch jeder. Nein, 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 nein. Vor kurzem erst. Wo war das? Axel, denk nach. Dein Gedächtnis ist nicht ausgelöscht. Es ist nur zugeschüttet. Du kommst wieder drauf. Hoffentlich. Na los, lass uns diese Mistdinger auspacken. Na super. Zur selben Zeit mühten sich Poppy und Lilo ab, mit ihrem Rad über matschige Feldwege zur Schafsweide zu fahren. Es ging nur langsam voran. Zwischendurch sammelte Poppy einige Stoffbilder auf, die auf dem Weg lagen. Plötzlich bremste Poppy wieder. Sprang vom Fahrrad, legte es zur Seite und lief ein Stück zurück. Poppy, wenn wir so weiterfahren, kommen wir nie bei der Schafsweide an. Wir müssen hier abbiegen. Was soll das? Lilo, guck, ich habe wieder was gefunden. Schon wieder ein Abzeichen? Von Axels Fußballverein. Den Aufnäher kenne ich. Der war auf Axels Jacke. Dann sind die anderen Aufnäher, die wir gefunden haben, auch da hier. Wieso liegen die verstreut in der Gegend rum? Ich vermute, Axel hat jemanden verfolgt und wollte uns Hinweise geben, weil er wusste, dass wir ihn suchen würden. Deshalb hat er die Aufnäher von seiner Jacke abgerissen. Ja, und sie nach und nach weggeworfen, damit wir ihn finden. Wie bei einer Schnitzeljagd. Genau. Hey, sie ist vor kurzem einen Wagen gefahren. Die Abzüge sind ganz tief im Boden. Axel war da vielleicht drin. Wo führt der Weg hin? Poppy? Hm? Wenn man gerade ausfährt, dann ist das der Weg zur Halloween-Villa. Das könnte bedeuten, dass er Halloween mehr ist als ein harmloser Gruselfan. Und Axel und Dominik sind in Gefahr. Wir müssen zur Polizei. Zur Polizei? Das sind nur Vermutungen, Poppy. Nein, wir müssen auf dem schnellsten Weg zu Jonathan und ihm alles erzählen. Er muss mit uns sofort dahin und Axel und Dominik befreien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Langsam kann ich keine Kürbisse mehr sehen. Wir sind schon viel zu lange dabei. Halloween könnte sich mal sehen lassen. Wir haben keinen Platz für die leeren Kartons. Will er sie auf den Flur stellen? Ja, wir dürfen den Raum nicht verlassen. Aber das ist die perfekte Ausrede. Wir sehen uns um und wenn er uns entdeckt, können wir immer noch sagen, wir haben ihn gesucht, um wegen der Kartons nachzufragen. Hast du von draußen was gehört? Seit wir hier drin sind, nicht das Geringste. Also da los. Aber auf deine Verantwortung. Und seh, du musst leise. Ja, geh weiter. Alles schnell. Ja, klar. Schlazer Flur mit blauem Licht. Ein Naturerlebnis. Ich muss mir kurz vorm Herzen fallen. Dann schick das auf später. Was ist hinter dieser Tür? Ein ganz normales Zimmer. Ein Gästezimmer. Waschbecken, Kleiderschrank. Hey, das Bett ist zerwühlt. Jemand wohnt hier drin. Ja. Beim Schrank steht ein Koffer. Sehen wir hier nach. Wieder so ein Zimmer. Aber es ist unbenutzt. Das Bett ist nicht mal bezogen. Zwei sind vorhin weggefahren. Ich denke, er war einer von den beiden. Er hat sich umgezogen und wir sollten glauben, er ist noch im Haus. Er scheint uns für Angsthasen zu halten, die sich nicht aus den Löchern wagen, nur weil er in der Nähe ist. Er soll auch uns mal kennenlernen. Ja. Keine Angst mehr? Du bist ja bei mir, du Held. Ich glaube, ohne dich wäre ich morgen noch beim Kürbis putzen. Versuchen wir die Tür. Volltreffer. Dies ist gleich eine ganze Wohnung. Und was für eine. Designermöbel vom Feinsten. Scheinen die Privatgemächer des Meisters zu sein. Geh schon rein. Ja. Mit Halloween hat die ganze Einrichtung nichts zu tun. Nee. Wenn er so ein Horrorfreak ist und immer im Kostüm rumläuft, wieso ist hier alles so anders, so nobel? Einen teuren Geschmack hat er. Womit verdient er sein Geld? Mit dem Halloween-Fanclub bestimmt nicht. Die Wohnung hat alles, was das Herz begehrt. Auf eine Küche. Er wurde als Dieb beschimpft. Alles wegen diesem Halloween. Dem Gespenst. Er soll mir bloß gestohlen bleiben. Aufmachen! Was ist? Wenn man vom Teufel spricht. Du meinst? Das ist der Halloween. Ich erkenne seine Stimme. Aufmachen! Bei alttausend Höllgeistern! Also, wenn er was will. Ich bin nicht da. Keine Panik. Ich kläre das schon mit ihm. Verhaltet euch still. Ja, Herr Halloween, das ist ja mal eine nette Überraschung. Nett finden Sie das? Ja? Ja, kommen Sie rein. Sie werden ja ganz nass. Mh, Regen macht mir nichts. Der Gummimantel schützt mich. Ein besonders schönes Stück der Mantel. Ach, tauschen wir keine Belanglosigkeiten aus. Hören Sie zu. Einer der Jungs, die bei Ihnen wohnen, ist bei mir eingebrochen. Außerdem fehlen zwei Schrumpfköpfe aus meiner Sammlung. Er hat mich gestohlen. Herr Halloween, der Axel hat mir davon erzählt, dass Sie ihn für einen Einbrecher halten. Aber er steht nicht. Das kann nur ein Irrtum sein. Ein Irrtum ist es, wenn Sie ihn in Schutz nehmen. Dann würde ich zur Polizei gehen und ihn anzeigen. Wenn Ihnen Schaden entstanden ist, sagen Sie mir eine Summe, ich regle das. Wir regeln das auf meine Art. Morgen Mittag soll er in mein Haus kommen. Ist der verrückt? Was soll ich denn da? Ich habe eine Lieferung Kürbisgesichter erhalten. Die sollen meinen Garten schmücken. Ihr Axel soll die Kürbisse auspacken, entstauben und aufstellen. Ich erwarte ihn pünktlich um zwölf Uhr mittags. Guten Abend. Herr Halloween, wir sollten mit Axel... Das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Wenn er zur Polizei geht, musst du dir Fragen gefallen lassen und Antworten geben, die du nicht geben kannst. Überleg es dir, Junge. Hast du denn keine Beweisung, dass du wirklich in seinem Haus warst, Axel? Du hast deine Fingerabdrücke hinterlassen. Ja, aber es wäre allerdings die Chance, sich bei ihm heimlich umzusehen. Ja, Axel, ich könnte mitkommen. Wie gesagt, du hast mich mitgebracht. Weil du ein so schlechtes Gewissen hast, nun mal wird ich es weit mehr schaffen als eine. Wenn ihr meint, hoffentlich lässt das Obergespenst uns auch beide rein. Bei der Gelegenheit. Muss morgen ein Gatter reparieren und werde die Schafe im Stall lassen. Poppy, könntest du und Lilo morgen mit den Rädern zur Schafsweide fahren und nachsehen, ob sie überschwemmt ist? Wer euch dankbar hat? Klar, Uncle Jonathan. Kein Problem. Am nächsten Morgen hingen immer noch dunkle Wolken über der Landschaft. Am späten Vormittag setzten sich die Kinder auf ihre Räder und machten sich auf den Weg. Die Mädchen verabschiedeten sich in Richtung Schafsweide, während Axel und Dominik zur vereinbarten Zeit an der alten Villa des St. Halloween ankamen. Wir stellen unsere Räder hier ab. Ach man Dominik. Ich weiß nicht, wieso ich mich darauf eingelassen habe. Voll idiotisch. Was soll ich dir sagen, warum? Weil du ein Knickerbocker bist. Und weil du ein Knickerbocker bist, hast du keine Angst. Ich mach mir die Hosen voll, Dominik. Ganz ehrlich. Das ist ein total bescheuertes Gefühl, wenn du glaubst, dass du deinen Verstand verlierst. Axel, jetzt beruhig dich. Wir haben schon ganz andere Sachen gemeistert. Ich weiß. Aber mach dich auf was gefasst. Du warst in dieser Gruselhöhle noch nicht drin, aber ich... Der Garten gibt schon einen Vorgeschmack. Er ist voller Dämonen und Monstern aus Stein. Ein Frosch ohne Kopf. Die Riesenspinnen auf der Hecke sind auch nicht gerade niedlich. Und überall ausgehöhlte Kürbisse. Eine gewisse Ähnlichkeit mit seiner Hohlbirne ist nicht zu verkennen. Wieso will er noch mehr aufstellen davon? Weil heute Halloween ist. Und das ist für ihn wie Weihnachten. Was für andere die Christbaumkugel ist, ist für ihn der Kürbis. Was für ein Witzbold. Tja. Das Gefühl, das er uns beobachtet. Wenn die Fenster am Haus alle verdunkelt sind, man kann in den Garten sehen. Ja, er weiß bestimmt schon, dass wir da sind. Geh du vor. Wieso ich? Na los, dich erwartet er schließlich. Also gut. Er hat ein Skelett an der Tür. Ein Fledermaus-Skelett. Warum bringst du jemanden mit? Das ist Dominik. Er will mir helfen. Dass ich Ihnen helfen kann. Wir beide wollen helfen. Tag, Herr Halloween. Er meint, wir könnten zu zweit mehr schaffen, wo Axel ihn doch so viel Ärger gemacht hat. Kein schlechter Gedanke. Rein mit euch. Und hier wird nichts angefasst, wenn ich es nicht ausdrücklich erlaubt habe. Hier entlang. Ihr geht nur dorthin, wo ich euch hinführe. Und da bleibt ihr. Ja. Hübsch, die vielen leuchtenden Katzenaugen an der schwarzen Tapete, nicht Axel? Hm. Es ist ziemlich dunkel hier drin. Warum sind die Fenster alle beklebt? Du redest zu viel. Oh, eine Teufelsstatue, ganz aus Marmor. Sicher ein kostbares Stück. Ach, was soll das? Ich wollte nur... Dominik, du hast die Alarmanlage ausgelost. Nichts anfassen, habe ich gesagt. Ach, was ist das für ein Benehmen, in fremden Häusern fremde Sachen anzupacken. Bist du genauso ein Subjekt wie der da? Soll ich dich gleich wieder an die Luft setzen? Nein, es tut mir leid. Ich mach's nicht wieder. Kürbisse auspacken, abstauben und ins Regal stillen. Das sind ja Dutzende von Kartons. Na los, geht da rein. Ihr bleibt hier drin, bis ich euch wieder entlasse. Na... Was suchst du da auf dem Dach? Komm runter! Aber gern! Und... In Ihrem Horrorkabinett bleib ich nicht eine Sekunde länger. Ich weiß ja nicht mal, wer Sie sind. Das werd ich dir schon erzählen. Und die alberne Kostüme? Wozu soll das gut sein? Du findest meine Kleidung also albern? Gleich hab ich dich. Glauben Sie, ich warte, bis Sie aus dem Fenster geklettert sind? Irrtum! Wehe, du haust ab! Untersteh dich! Hier geblieben! Hast du verstanden? Komm wieder her! Ich denk nicht dran. Sie haben mich eingesperrt. Dazu haben Sie kein Recht. Ich habe dich verhaftet, weil du in mein Haus eingestiegen bist. Das stimmt ja gar nicht. Du wirst den Balkon da nicht runterspringen. Hast du gehört? Versuchen Sie mich doch daran zu hindern. Ich hab schon ganz andere Höhen gemeistert. Ein ganz hinterhältiges Berüchtiger bist du. Komm zurück, du, du Dieb! Ich denk nicht dran und nenn sie mich nie wieder Dieb. Du sollst zurückkommen! Ich muss hier weg. Der Tief ist ja völlig durchgeknallt. Überall im Haus dieser Geisterkram. Wehe, wenn ich dich verriege, Bräutchen! Ich komme dir nicht hinterher. Und wenn schon. Die Spinner treten sowieso nicht. Ich muss zu ihm, bevor es dunkel wird. Ich wüsste, wo ich bin. Ich kenn diese Gegend überhaupt nicht. Axel! Hey, wo steckst du? Axel! Sie suchen mich. Ich muss ihnen entgegenlaufen. Hier! Hier bin ich! Hallo! Hier! Hallo! Kommt her! Ich bin auf dem Keltweg! Lauf zum Keltweg! Ich wusste, dass sie mich nicht im Stich lassen. Okay, verstanden! Axel, wir haben uns ganz doll Sorgen gemacht. Also, noch einmal ganz langsam zum Mitspringen. Du warst stundenlang wie vom Erdboden verschluckt. Wenn ihr es sagt. Du weißt aber weder wo du warst, noch wer da war, noch wie du da hingekommen bist? Ja, genau so ist es. Und du weißt auch nicht, wo dein Fahrrad geblieben bist, mit dem du unterwegs warst. Und wieso auf deiner Jacke dir auch näher fiel. Weiß ich nicht, weiß ich nicht! Aber dass wir Knickerbocker vor drei Tagen zu Poppys Großonkel Jonathan aufs Land gefahren sind, das weißt du noch, oder? Klar weiß ich das, bin doch nicht blöd. Und dass mein Onkel Jonathan neben seinem Haus eine kleine Hütte hat, in der wir wohnen, das weißt du auch noch. Sag mal, was wollt ihr eigentlich? Haltet ihr mich für bescheuert? Ich weiß auch, dass wir hier über die Herbstferien bleiben wollen und dass Onkel Jonathan Schäfer ist und Schafe hütet. Meine Unterhosengröße ist 4711 und das Lieblingspferd von Genghis Khan heißt Black Beauty. Toll, was ich alles weiß, nicht? Ja, ja. Leider weißt du nur eben, was alles ist. Du hast ganz klar einen... einen an der... an der... Wenn du jetzt Waffel sagen willst, dann sag es lieber nicht. Sonst hast du nämlich gleich einen an derselben, kapiert? Du hast ein paar Aussetzer. Sowas in der Art, okay? Aussetzer. Wie sah das in dem Haus aus? Weißt du das noch? Ich weiß eben nur nicht, was vorher war. Aber seitdem ich in der Geisterbude mit Schädelbrumm aufgewacht bin, kann ich mich an alles erinnern. Ich lag auf einer Art Barre. Die Wände im Zimmer, schwarz gestrichen mit leuchtenden Totenköpfen drauf. Überall Wehrwolffiguren und Kürbisfratzen. Und die Fenster nach draußen waren mit dunkler Folie beklebt. Kaum Tageslicht im Raum. Wie konntest du abhauen? Da war ein kleines Dachfenster, hab ich mich durchgequetscht. Kaum war ich draußen, wollte diese Horrorgestalt nach mir sehen. Und ist dann hinter mir her, aber in der Dachluke stecken geblieben. Ein total durchgeknallter Typ, sag ich euch. Wie der aussah. Wie denn? Sag schon. Er hatte so einen altmodischen langen Mantel an, wisst ihr? So einen wie Zauberer ihn tragen im Märchen. Und einen weiten, spitzen Hut hatte er auf. Der Kerl ist nicht gerade Fotomodell. Blasses, langes Gesicht, Hakennase, Ziegenbart, Nickelbrille. Das ist einer von den Typen, dem man nicht zweimal begegnen muss. Was weißt du von der Zeit vorher? Wo reißt deine Erinnerung ab? Ich weiß noch, ich bin mit dem Rad ins Dorf gefahren, um ein paar Sachen einzukaufen. Salat und Brot für die Schafe. Genau, weil wir die füttern wollten. Ja, also ich bin in den Laden rein und so eine große, dünne Frau hat mich bedient. Frau Borkner, ihr Gehörterladen. Ja, ja, meinetwegen. Ich habe einen Tragekorb genommen, die Sachen reingetan und noch ein paar Süßigkeiten dazu. Und habe mich an der Kasse angestellt. Und dann, 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 dann was, dann was, dann was? Ich weiß es nicht mehr. Ist wie abgeschnitten. Als du nicht zurückkamst, haben wir natürlich zuerst bei Frau Borkner nachgefragt. Die war sauer. Wieso? Frau Borkner behauptet, du hättest sie beklaut. Was? Ja, Kaugummi sollst du eingesteckt haben. Und Bonbons. Den vollen Einkaufskorb hast du stehen lassen. Und dann bist du ganz schnell rausgerannt. Und sie hinterher. Und du warst schon weg. Die muss mich verwechselt haben. Sie hat dich erkannt, Axel. Wir waren schon bei ihr. Sie wollte, dass wir bezahlen. Sonst würde sie zur Polizei gehen, hat sie gesagt. Da haben wir ja das... Was war hier? Dann lass dir Zeit. Kommt dir was bekannt vor? Nein. Mühlengasse. Nie gehört. Nie gesehen. Vielleicht doch. Denk nach. Fachwerkhäuser, Vorgärten, Gartenzwerge, Briefkasten, Kuhfladen. Eine Straße wie in jedem anderen Kuhdorf auch. Moment. Die Sitzbank. Was ist mit der? Ich hab auf ihr gesessen und... Ja, war's. Ich hab hier was geschrieben. Da liegt zerknülltes Papier neben der Bank. Moment. Steht was drauf. Das könnte deine Handschrift sein. Vergiss es. Der Regen hat alles verwischt. Was steht hier? Hey Leute, ganz wichtig, Irrtum ausgeschlossen, aber soeben... Das war's. Mist. Wieso hab ich diesen Zettel geschrieben? Wieso hier? Wieso hast du ihn dann weggeworfen? Das hat keinen Sinn. Okay. Der Regen hat aufgehört. Holen wir das Rad und fahren zu Jonathan. Ach ähm, er hat mir von einer Abkürzung erzählt. Vorbei am Steinbruch. Die können wir ausprobieren. Du fährst und ich setz mich hinten drauf. Gute Idee, nicht? Na toll. Das dahinten muss der Steinbruch sein. Für mich ist es wirklich ein Abkürzung. Sieh mal die Wolken an. Er traut sich fast zusammen, Axel. Jonathan meinte, der Ausschilderung folgen und bei der Wegtabelung nach rechts. Na, ich dann strampel mal schön. Da steht ein Mann. Halt! Hier geht's nicht weiter. Wir wollen zum Schiff bei Jonathan. Der Weg zum Steinbruch ist ab sofort gesperrt. Wieso gesperrt? Weil wir hier eine Sprengung vorbereiten. Er wird gesprengt? Ja. Der Steinbruch war früher ein Bergwerk. In den Höhlen und Stollen haben sich in letzter Zeit öfter Kinder verirrt. Darum wird hier alles weggesprengt. Wann denn jetzt gleich? Na, wir brauchen schon noch ein bisschen Zeit zur Vorbereitung, wenn's recht ist. Die letzten Sprengsätze werden grad angebracht. Ihr müsst schon warten bis morgen Abend, wenn ihr den großen Bums hören wollt. Aber kommt bloß nicht in die Nähe. Und jetzt kehrt um. Nehmt einen anderen Weg. Hast du gehört, Dominik? Kehrt Marsch. Bravo, Axel. War ja wieder mal genial von dir, der Einfall mit der Abkürzung. Oh Mann. Ich bin hier der Trottel, der sich für dich in die Pedale legt. Vielleicht bist du mal dran. Vielleicht rabbelst du weiter und ich sitz hinten drauf. Rino, machst du Witze? Tja, Poppy und ich dachten auch zuerst, Dr. Ross macht noch Spaß. Aber sie hat starr und fest behauptet, dich nie untersucht zu haben, Axel. Sie wüsste nichts von einer Blutprobe, die sie dir abgenommen hat. Sie glaubte, wir verwechseln sie. Und dann hat sie noch gemeint, sie war vor etwa zwei Jahren zuletzt hier. Vor zwei Jahren. Leidet sie auch an dieser, wie heißt es, Amnestie? Amnesie, Axel. Amnestie ist ein per Gesetz verfügter Strafalarm. Ja, 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 kann ja sein. Was mich viel mehr interessiert, habe ich Dr. Ross angesteckt oder was ist los? Ich vermute ganz was anderes. Irgendjemand läuft hier in der Gegend rum, der in der Lage ist, Teile der Erinnerung auszulöschen. Er hat das bei dir gemacht, Axel, und bei Dr. Ross auch. Dr. Ross hat Axel Blut abgenommen und dabei könnte was herausgekommen sein, dass niemand erfahren soll. Also macht der große Gedächtnisauslöscher die gleiche Aktion noch einmal mit der Ärztin. Und schon erfährt keiner was von dem Blutergebnis. Er könnte sich als Patient bei Dr. Ross eingeschlichen, sie behandelt und sich dann aus dem Staub gemacht haben. Und der Zettel, den ich geschrieben habe, hätte wahrscheinlich alle Rätsel gelöst. Aber es muss ja unbedingt in unseren Ferien regnen. Du hast geschrieben, dass es wichtig ist und ein Irrtum ist ausgeschlossen. Das könnte bedeuten, dass du jemanden erkannt hast. Ja, und du wolltest die Person verfolgen. Und weil es länger dauern konnte und du in Eile warst, hast du uns eine Nachricht geschrieben. Und zerknüll sie dann und schmeiß sie weg. Irgendwie nicht logisch. Es muss dafür eine Erklärung geben. Das ist Bodo. Ist Jonathan schon wieder zurück? Weil du hierher kommst, dass du erst kommst. Offenbar ist nichts passiert. Onkel Jonathan, du bist schon da? Ist ja gut, Bodo, ist ja gut. Es hat keinen Sinn, auf der Weide zu bleiben. Es zieht ein Unwetter auf. Hat Bodo die Schafe in den Stall treiben lassen? Na, wenn ihr wollt, könnt ihr nachher zu mir rüberkommen und wir spielen was. Weggehen ist heute nicht mehr. Es kam, wie Onkel Jonathan es vorher gesehen hatte. Bald schon überspülte das Wasser die Schafsweide. Die Kinder konnten beobachten, wie der Regen in Sturzbächen vom Dach über die Fenster rang. Die Knickerbockerbande hasste es, untätig herumzusitzen. Doch bei dem Wetter hatten sie keine Wahl. Onkel Jonathan besaß ein einziges, uraltes Brettspiel, von dem Axel nicht gerade begeistert war. Du willst wirklich nicht mitspielen, Axel? Nimm es mir nicht übel, Jonathan, aber ich hab eine Allergie gegen Mensch. Ärgere dich nicht. Weil er immer verliert auf die Brat. Ach, Quatsch mit Soße. Oder hast du dich schon genug geärgert, Axel? Da hat unser Axel wohl auch einen Grund zu. Er wurde eingesperrt, hat das Gedächtnis verloren, seine teure Jacke ist zerriss, Geld gegeben. Sie hält mich für einen Ladendieb. Nein. Wir haben ihr erzählt, dass du manchmal etwas schusselig bist. Ach, eine andere Erklärung ist euch nicht eingefallen, was? Dieser Spukmensch hat mich auch als Dieb bezeichnet. Echt? Warum denn? Ist doch egal. Ich bin keiner. Das glaubt ihr mir doch wohl. Natürlich. Aber wieso hat Frau Bogner gelogen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mir immer noch der Schädel brummt. Am besten, Axel, du rost dich erst einmal aus. Wir können ja nochmal mit Onkel Jonathan über alles reden. Dann musst du bald zurück sein. Okay. Und tatsächlich. Es dauerte nicht lange und Großonkel Jonathan kam mit seinem Hund Bodo von der Schafsweide zurück. Erst brachte er Bodo in seinen Auslauf und dann setzte Jonathan sich mit den Kindern in sein Haus zum Abendessen. Während sie zusammensaßen, erzählte Axel von seinem Erlebnis. Du warst bei Herrn Halloween im Haus. Herr Halloween? Ja, ja, so nennen ihn alle hier. Er nennt sich sogar selber so. Ein Verrückter. Läuft in komischen Klamotten rum. Ist aber harmlos. Muss eine Menge Geld haben. Ist Vorsitzender vom HFC. Was soll das sein? Hula-Fratzen-Club? Ja, Club ist schon richtig. Er führt den Halloween-Fan-Club. Hat manchmal Besuch von allen möglichen Leuten. Spinner wie er. Halloween ist doch immer am 31. Oktober. Da ziehen die Kinder als Gruselgestalt verkleidet von Haus zu Haus. Sagen einen Spruch auf und kassieren dafür Süßigkeiten. Ist der Mann nicht zu alt dafür? Ich sag ja, ein Verrückter. Er und seine Clubmitglieder verkleiden sich, sammeln so ein Gruselzeug. Sie leben in der Halloween-Welt. Soll das heißen, die feiern Halloween das ganze Jahr über? Feiern? Nee. Verehrung oder so. Geisterkult. Was weiß ich. Wie lange wohnt er denn schon hier? Oh, sechs, sieben Jahre, schätze ich. Kein Mensch weiß, wo er herkommt. Er hat keinen Kontakt mit den Dorfbewohnern. Die Leute hier haben sich an den Spaßvogel gewöhnt. Ich finde, Axel muss sich irgendwie verteidigen. Er hat doch nichts Schlimmes gemacht. Ich würde nie klauen. Bestimmt nicht. Und wenn mein Dachschaden noch so groß ist. Aber lass gut sein, Axel. Alles nur ein Missverständnis. Frau Bogner hat ihr Geld gekriegt. Und der alte Halloween hat sich einen Spaß gemacht. Aber das mit deinem Gedächtnis. Hab Frau Dr. Ross angerufen. Sie will gleich morgen früh vorbeikommen und dich untersuchen. Ich halte es für besser. Ich hab mal gelesen, dass Leute bei Amnesie an den Ort... Was für ein Ding? Amnesie, Herr Klingmeier. Gedächtnisverlust. Aha. Ich wollte sagen, es könnte helfen, an den Ort zurückzugehen, an den man sich zuletzt erinnern kann. Ich soll zu der Vogelscheuche in den Laden? Vielleicht kommt ein Stück Erinnerung wieder. Ein Versuch ist es wert. Ich schlage vor, wir gehen morgen in den Laden, sobald Dr. Ross dich untersucht hat. Onkel Jonathan? Ist der Halloween wirklich nicht gefährlich? Er hat noch nie jemandem was getan. Es wäre doch bekannt. Aber wer weiß. Ich sag meinen Schafen immer, bleibt weg von dem Wolf, dann werdet ihr nicht gefressen. Haltet euch dran und geht Herrn Halloween aus dem Weg. Ich sag meinen Schafen immer, Sie hat nichts festgestellt. Sie hat nichts festgestellt. Außerdem sind wir bei dir. Wir dürfen nicht vergessen, nach dem Fahrrad zu fragen. Kommt. Herr, Frau Bogen. Wir hätten noch eine Frage, bitte. Ihr seid nicht dran. Was ist niemand im Laden? Ihr seid im Laden. Mit diesem Dieb, der angeblich so zerstreut ist, dass er vergisst zu bezahlen. Ihr seid nicht dran, weil ich euch nicht bediene. Eine Frage, bitte. Unser Freund, der Axel, er kam gestern mit dem Fahrrad zu ihm. Schönen Freund habt ihr da. Das Rad steht im Hof. Dein Freund hat es bei mir vor dem Laden abgestellt, bevor er hier auf Beutefang ging. Ihr könnt es da wegholen. Danke, werden wir machen. Frau Buckner, dass Axel gestern bei Ihnen im Laden was gestohlen hat, gibt es dafür Zeugen? Was willst du damit sagen? Ich brauche keine Zeugen für das, was ich gesehen habe. Der Bursche hatte Süßigkeiten in der Hand und sich an die Kasse gestellt. Ich wollte kassieren, aber da klingelte das Telefon. Ich bin ran. Er steckt sich ein, was er in der Hand hat und rennt aus dem Laden. Aber ich habe nur noch gesehen, wie er da drüben in der Mühlgasse verschwunden ist. Wenigstens entschuldigen könnte sich der Tage Dieb. Aber nein, er steht drumrum und starrt aus dem Fenster. Hast ein schlechtes Gewissen, was? Axel, was ist mit dir? Was ist denn da draußen? Axel? Was? Äh, nichts. Wie? Ich weiß nicht. Bring den weg! Der Junge ist mir langsam unheimlich. Holt das Rad und geht! Ja, sehr gern, Frau Buckner, sehr gern. Komm mit, Axel. Ja, ja. Oh, Mist, es regnet wieder. Geht's dir gut, Axel? Ja. Aber irgendwas ist mit der Straße da. Die Buckner hat behauptet, du bist da reingelaufen. Ich schlag vor, wir helfen dir auf die Sprünge, Axel, und gehen jetzt da hin. Gut, Dominik, macht ihr beide das. Poppy und ich gehen zur Praxis von Dr. Ross vorne am Marktplatz. Hier hat Axel Blut abgenommen. Mal sehen, ob das Ergebnis schon vorliegt. Vergess das Fahrrad nachher nicht! Geht klar! Ja, komm, Axel.